Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch Was ich jetzt nicht will, abtippen kann, wie gesagt, bei den Show Notes, also im Link unten, einfach draufklicken, und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Also läuft! Ton, Licht, Jack, Stimmung Top Ja, wir haben es gerade davon gehabt, du bist zum dritten Mal hier. Und dann bist du das dritte Mal überrascht, wie schnell es losgeht. Ich denke immer, es geht so, jetzt reden wir noch nicht mehr so stark und so, aber irgendwie mischst du jetzt mit drin. Wir haben jetzt mal gute 20 Minuten gehabt, um alles einrichten. Ja, ich, aber ich weiss gar nicht, ich weiss nie, was der Start ist. Ich habe das Gefühl... Also das ist der Start gewesen. Das ist jetzt der Start gewesen. Wir sind drin. Okay, yes. Willkommen. Willkommen, zurück. Irgendjemand hat sich eine richtige Anmoderation gewonnen. Ich weiss nicht mehr, aber vielleicht würde das helfen. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn es so organisch auf die Dinge rausgeht. Absolut, absolut. Und das dritte Mal hier. Das dritte Mal hier. Und falls es das vierte Mal geht, ich will bereit sein für den Start. Und ich finde es immer schön, wenn man sich in so regelmässigen Zeitabstand wieder sieht, zum länger reden, wie jetzt in dem Podcast. Weil jedes Mal passiert etwas dazwischen. Und diesmal ist ein Wechsel von letztem Mal zu jetzt, dass du in einem Theater, also in einem Kulturzentrum, eine Late-Night-Show hast. Das ist korrekt. Und mit dem bist du jetzt der eine der ganz wenigen Menschen, wo ich auf diesem Level connecte, weil ich das ja früher auch mal gemacht habe. Und ich stirbe immer fast, wenn ich darüber reden kann, weil ich finde, ah, ich will unbedingt darüber reden. Und zwischen den Zielen wolltest du eigentlich sagen, dass ich dich kopiert habe? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Und du hast dann auch deine Late-Night-Show geschaut. Und das ist schon, aber das ist recht am Anfang von deiner ... Und dann habe ich noch kein Stand-Up gemacht. Das war die Startrampen, um dann ein Stand-Up zu machen. Und lustigerweise, ich weiss, der Mike Möhr war bei dir Gast, unter anderem, bei einer Ausgabe. Und er war dann mit dir bei meiner Late-Night-Show. Genau. Er hat sich den Kreis schön geschlossen. Jetzt kannst du aufhören. Nein, aber was mich natürlich wundernimmt, und darum rede ich so gern darüber, niemals hat jemals, glaube ich, verstanden, und das ist wahrscheinlich auch gut so, wie viel Aufwand das ist. Es ist ein hoher Aufwand. Und zwar, es ist so viel, dass selbst wenn du schon ein Soloprogramm gemacht hast und was weiss ich, hast du es unterschätzt? Ja, mega logisch. Das Ding ist auch gewesen, ich habe gar nicht so geplant, eine Late-Night-Show zu machen. Es hat echt damit angefangen, ich habe so irgendwie 2017 oder so, mein Buch, Dauft in der Schützi. Und die Schützi ist so ein bisschen, das ist so, hat ein Audi-Turnhauer, wo es umfunktioniert worden ist, seit, weiss ich auch nicht, 20 Jahren, 25 Jahren, irgendetwas, in das Kulturzentrum. Und ich bin schon dutzende Monate aufgetreten, beim Poultry-Slam, bei der Gabri-Dage, weiss ich nicht was. Und ich habe mein Buch 2017, Dauft, so ein Buch-Venissage gemacht, dann habe ich einfach ein paar, Freunde eingeladen, ein paar Freunde, Freundinnen von der Bühne. Und habe einfach interviewt, und jeder hat so ein bisschen Textbeitrag gemacht, irgendeinen Show-Blog. Und es ist halt so entspannt, ich fand, ja, ich, dann mache ich einfach das regelmässig, ich finde, das ist super cool. Und das ist immer irgendwie in meinem Kopf, und man geistert, und dann hat etliche Jahre später, 2023, ist dann den Stand gekommen. Und ich habe gar nicht vor, Late-Night-Show zu machen. Ich habe wirklich gefunden, hey, ich mache einfach einen Abend, wo ich Leute interviewe, wo ich cool finde. Und es hat dann immer ein bisschen, ist es gewachsen, und ich hatte dann quasi eine Co-Produktion, die ich unterstütze, und dann ist irgendwie noch, ähm, sind neue Leute zugekommen, und bla bla bla, es ist so organisch gewachsen, und dann irgendwie so, ah, krass, wir machen eine Late-Night-Show. Und man merkt, es ist eine verdure Kiste, es ist eine mega aufwendige Kiste, technisch ein riesiges Ding. Und ich bin auch froh, dass ich nicht gewusst habe, was es auch zu tun geht, weil es ist halt, was ich nicht gemacht habe. Aber es ist geil, also es ist so, ähm, ich weiß nicht, ein mega cooles Feedback, das kann man für Leute und Gäste, ich glaube so, zufrieden, gesehen, auf der Bühne. Mega! Also wenn du jetzt mich fragst, absolut. Ja. Nein, es hat sehr Spass gemacht. Und, äh, und eben, es hat auch Freude gemacht, weil es mich, weil es mich sehr an das zurückerinnert hat, nämlich einfach so, das, hast du ja bei, bei einem Solo-Programm hast das ein Stück weit, aber ich finde, so eine Talkshow in irgendeiner Art und Weise, in einem Theater, Kulturzentrum, viel einmaliger wird es nicht. Also du weisst einfach so, das ist jetzt wirklich nur für die Bühne und für den Moment passiert, was auch immer passiert, oder? Voll. Und das finde ich irgendwie so geil. Mega! Also wir haben es irgendwie fünfmal, glaube ich, gehabt, also wir haben es, fünfmal haben wir das gemacht, fünf Ausgaben, das ist die erste Staffel, die ist jetzt gerade zu Ende gegangen vor zwei, drei Wochen. Und jeder Abend, wo wir das genau gleiche sollten, wir haben die gleichen Leute auf der Bühne, also der Cast, wir haben die gleichen Leute auf der Technik und so weiter und so fort. Jeder Abend ist anders, nicht nur weil die Gäste anders sind, sondern einfach jeder Abend hat eine eigene Dynamik. Und das ist super und ich glaube, du kannst es einfach auch nicht mehr wiederholen. Ich glaube, selbst wenn du würdest die gleichen Gäste einladen, es hat eine gewisse Magie und es ist irgendwie schon etwas Spezielles. Und irgendwie, ah, das musst du verkaufen, das musst du irgendwie am SRF pitchen, das musst du irgendwie, weißt du auch nicht, Blue TV und weiss ich nicht was, irgendwie. Und ich finde, wieso, nein, es ist wie auch cool, dass es einfach ein Bühnenformat ist, so. Vor allem, wir müssen dann nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich möchte das gar nicht irgendwie so im Fernsehkontext machen, weil du müsstest so viel Kompromisse eingehen, und auch schon zeitlich irgendwie, und auf der Bühne sind wir einfach, wir machen, was wir wollen und wir haben unser Konzept und irgendwie, wäre es irgendwie cool. Ja, das war bei uns das Problem gewesen. In der ersten Staffel haben wir noch so einen Kurzschnitt im Fernsehen, gell? Nicht funktioniert wahrscheinlich, oder? Mega, mega, weil dann hast du irgendwie so, ist ja auch bei Devil zum Beispiel am Anfang das Problem gewesen, weil sie viel zu lange extra aufgezeichnet haben, und dann bist du halt wirklich so, mehr als nur kill your darlings, dann bist du so, okay, dann ist der Talk für 20 Minuten, ist einfach, hallo, geht's gut, ja, vielleicht können wir noch eine kleine Story reinpacken, und dann müssen wir aber weiter zeitlich, oder? Und das ist dann genau das Gleiche gewesen, dann bist du so, ja, aber man will ja eigentlich jeden Programmpunkt irgendwie unterbringen, und ich glaube, du musst halt einfach, du müsstest extra etwas fürs Fernsehen machen, du müsstest wirklich so konzipieren und wirklich sagen, hey, okay, es sind 35 Minuten, und ja, irgendwie, es fühlt sich gut auf die Bühne, so. Und wenn du sagst, dass jeden Abend komplett anders ist, das, das, das kommt ja mit der Zeit, ähm, gewöhnt man sich vielleicht ein bisschen dran, aber ich habe das einmal mega Fest gehabt, wo wir irgendwie in der einen Show haben, wir die Kiste der Rigozzi gehabt, und Budebums voll, und irgendwie, weißt du, es klingt so blöd, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe noch einen geilen Anzug, da habe ich wirklich so gedacht, hey, das ist so, das ist so, das ist so, das ist ein neuer Wettendass, was jetzt dann am Theater passiert, so. Du bist doch nicht Thomas Gottschalk. So hat er es angefühlt. Und dann machst du die Show drauf und dann kommt der JP Love, wo es damals noch gab, absolute Legende. Natürlich. Mit seinen zwei Hündchen. Und hat irgendwie noch einen Schlagersong performt. Und es ist einfach wirklich so, nachdem du gedacht hast, du machst Wetten, dass, denkst du, okay, jetzt sind wir aber beim absoluten Trash for Trash. Du hast ihn eingeladen. Ja, ja, natürlich. Aber man konnte natürlich nicht wissen, dass wenn JP Love kommt, dass es eine Katastrophe gibt. Nein, es war aber nicht eine Katastrophe. Es war einfach so. Es war einfach ein starker Kontrast, sagen wir mal. Voilà. Aber auch geil, oder? Das kannst du dir nicht bringen im Fernsehmaschinen. Ausser irgendwie am Morgen um zwei auf irgendwie Tele Basel 3. Tele B3. Nein. Sie schaffen es nicht einmal, Programme für einen vollzukriegen. Das ist sehr schade. Was ist in Olten der lokale Sendung? Ist das... Ja, es gibt... Ja, es hat Tele M1. M1, oder? Ja. Also Argo Soledon. Ja. Und es gibt noch ein Alf. Ein Arolfinger Lokalfernsehen. Oh! Das ist, ähm, etwa so wie es klingt. Ich möchte nicht abrennen, aber sagen wir es mal so. Es ist, äh... Wir müssen es mal schauen. Es ist eine Experience. Also ich wünschte mir auch, dass ich kiffe, damit ich das könnte irgendwie... Aber so nüchtern ist, äh... Schau, schau selber. Ich habe schon gemerkt, ich habe schon J.P. Love. Oh, Alf TV. Oh, okay. Ja, okay. Von solchen haben wir aber auch noch irgendwelche. Wobei, aber ich muss sagen, ich glaube, sie haben sich mega... Also das sieht jetzt schon erstaunlich professionell aus. Also sie haben sehr lange halt so ein bisschen den, ähm... Wie sagen wir das? Wir machen einfach mal Vibe. Gut, das Logo tut das immer noch ein bisschen suggerieren. Und dann wird Arial Gross als Logo nehmen. Also Arolfinger, das ist wirklich mal das Ding, sie haben mal Arol, Alten und Zoffigen quasi zu einer Gemeinde fusionieren. Und es ist dann irgendwie nicht gegangen. Arolfinger. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja. Wow. Ja, okay. Aber können wir wohl dann zu deiner Late-Night-Show zurück. Im Grunde in der Runde. Ganz genau. Zusammen mit Matthäus Kuhnz, der mein Sidekick ist. Und Ruby State, die eine Frau aus der Band ist. Das ist unser Cast. Und ich bin natürlich der Host. Ich bin der neue Show auf dem Mutzbecher. Du warst der neue Show auf dem Gottschalk. Ja, wir haben es fünfmal gemacht. Und wir haben so gedacht, ja okay, so 200 Leute möchten wir jedes Mal eine bekommen. Die Schütze ist fast so 320. Und es ist halt irgendwie so ein Selbstschleifverbot. Es ist wirklich so, immer wenn die Veranstaltung fertig ist, war die nächste Ausverkauf. Mit 320 Leuten. Und mega geil. Also es hat so ein bisschen mit Romare gesehen, dass es so ein bisschen Kultstatus erreicht, unabhängig davon, wer kommt. Mhm. Und dass wir das irgendwie schon nach einer Staffel haben bekommen, ist irgendwie schon sehr, sehr cool. Und wir machen eine zweite. Wir machen eine zweite. Und natürlich, es lebt auch davon, dass wir prominente Gäste einladen. Also wir haben wirklich gefunden, wir kommen dann mit den grossen Käuen anrühren. Gerade so, was die Haupttaggäste anbelangt. Und dann haben sehr viel abgesagt und dann sind sie irgendwann zu mir gekommen. Ja gut, wir haben wirklich gefunden, wir kommen bei den Comedy-Gästen und bei den Musikgästen, da kann man auch ein bisschen auf die B-Wahr zugreifen, in deinem Fall C-Wahr. Ja. Aber du hast es gerade so gesagt. Natürlich. Du hast gesagt, hey, ich komme zum halben Preis. Nicht einmal. So hat sich dann auch angefühlt, die Auftritte. Weil du hast mir ja den halben Preis anboten und ich habe gesagt, ich mache es nochmal zur Hälfte. Genau. Und jetzt hast du die 200 Franken Rekascheck. Absolut. Aber auch verdient. Also, dass du… Nein, man muss ja sagen, du bist sehr, sehr gut gesehen. Muss man jetzt auch mal sagen. Es gibt ein, das werde ich für immer in meinem Herz behalten, es gibt ein Foto, wo ich vorne irgendetwas gerade am machen bin mit dem Mikrofon. Wahrscheinlich Stand-up. Wahrscheinlich schreien. Also auf jeden Fall etwas eher physisches. Und man sieht so hinten halb in der Unschärfung, sieht man den Mic sitzen und richtig fest lachen. Und wahrscheinlich hat das noch ein bisschen klar, er ist auf der Bühne und weisst du so, aber… Plus noch ein bisschen Photoshop. Genau. Aber so als Bild habe ich gedacht, das ist geil, das muss ich… Nein, es ist wirklich ein… Ich finde wahrscheinlich den besten Abend gewesen. Oder mein Lieblings Abend. Weil es hat einfach irgendwie gestimmt. Also irgendwie die Stimmung ist super gewesen. Du hast abgeliefert zweimal. Der Mike ist sehr gut in… Der Mike Müller ist sehr gut in… In der Rette-Laune gesehen. Die Evelyn Trouble hat eh super abgedrückt. Ja. Und das Konzept ist, vielleicht noch schnell zu sagen, wir hatten immer einen Hop-to-Talk-Gast. Also wir hatten jetzt den Durville, Jacqueline Badran, der Mike Müller, die Pony M und die Steffi Buchli ist gekommen. Plus ein Comedy-Gabaret-Slam-Porty-Gast und ein musikalischer Gast. Und der Hauptgast ist halt der, der am meisten gequatscht. Und die anderen kommen und gehen wieder von der Bühne. Und in der zweiten Hälfte sind alle am Talken. Also eigentlich ein mega simples Konzept. Und ähm… Ja, aber wir hatten dann natürlich schon noch viele Rubriken drin. Ja, natürlich. Wir haben Städtler am Fluss gespielt. Mhm. Das ist auch sehr, sehr lustig gewesen, muss man sagen. Das hat sehr Spass gemacht. Ja, ja. Ja. Darum… Ja. Also du musst… Wenn du ein 20-Jähriger-Übeleum kannst du ihn durchkommen. Aber äh… Um jetzt wirklich so aufs Gefühl zu gehen. Ähm… Fühlt es dir es anders an, so eine Show zu machen, als wenn du einen Auftritt hast, Solo? Logisch. Oder bei einem Slam? Was ist das andere? Ja, weißt du, wenn halt irgendwie ein Programm spielst, dann spielst du halt irgendwie immer etwas Gleiches. Natürlich hast du irgendwie so ein bisschen spontane Momente, wo irgendwie da mal ein bisschen ändert und da improvisierst und so. Aber eigentlich ist es ein Stück, das steht. Und bei der Late Night Show… Ich meine, noch schon der Opener, den wir machen, ist halt einfach eine Premiere, oder? Also du hast halt irgendwie die 10 Minuten, die du das erste Mal von Leuten ausprobierst. Mhm. Und normalerweise gehst du vielleicht an einen Open Mic und einen Lärm, das mal testen, und dann sagt, ah, das Show funktioniert, das funktioniert überhaupt nicht. Und du hast halt einfach, ah, okay, ich schreibe jetzt etwas für Übermorgen, wo ich von 320 Leuten das erste Mal mache. Und dann denke ich so, hm, okay. Ja. Also das ist halt irgendwie schon cool. Also du hast irgendwie… Aber das ist auch irgendwie so etwas energetisches, was ich einfach so, wie soll ich sagen, das treibt mich mega an. Und ich glaube, ich kann sehr profitiert von Deville halt irgendwie, was wirklich heisst, am Dienstag oder am Mittwoch. Okay, unser Thema ist das. Ähm, du hast drei Minuten für ein Bahnhof-Buffet. Mhm. Schreib etwas darüber. Und früher war das meine Todesangst gewesen. Und jetzt habe ich wirklich gefunden, hey, das ist irgendwie mega geil, wenn du einfach willst, du musst drei Minuten liefern, es schauen nicht wenige Leute zu. Und ich finde, das ist so ein guter Ansporn. Ja. Das ist einfach, wie du hast eine Premiere und du willst halt einfach in diesen drei Minuten, klar ist es manchmal besser gewesen, manchmal vielleicht so nicht ganz so. Ja. Aber das ist… Du weisst einfach, hey, jetzt kannst du nicht irgendwie durchhängen, jetzt musst du einfach alles gehen. Und ich finde es irgendwie recht geil. Und bei Late Night Show ist es halt genau gleich. Du weisst, hey, die Leute sind alle eingetreten, die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Gerade wenn es das letzte Mal gut gewesen ist, willst du nicht das Mal… Du willst immer einen draufsetzen, oder? Dann willst du halt irgendwie, dass das jetzt das Mal irgendwie abflacht. Und das finde ich mich schon noch geil. Ja und der Druck, der kann ja dann irgendwie auch beflügeln. Mega, mega. Es kann dich auch bremsen. Ja. Wenn du darüber nachstudierst. Aber ich habe das Gefühl… Ja, es kann dich halt wirklich irgendwie so ein neues… Soll ich sagen… So einen neuen… Neuen Arbeitsethos auflöpfen. Ein bisschen. Und wie fühlt es sich, wenn eine fertig ist, wie fühlt sich das an? Du musst dann ein Schluck Wasser trinken, weil ich mich sehr fest in die Mangel von dir genommen fühle. Ich brauche ein bisschen Wasser. Aber es ist sehr gutes Wasser. Es soll kein Verhör sein. Das ist frisches… Was sagt man denn? Opfiker Haarwasser. Absolut. Frisch von den Quellen. Ja super. Also es ist ein Mix zwischen sie sind super, weil du findest krass. Man hat es irgendwie geschafft, das verdammte Ding zu stemmen. Und andererseits denkst du, okay, in zwei Monaten geht es wieder von vorne los. Es ist irgendwie schon eine Wild. Aber nein, es ist super. Es ist wie so… Ja, man fragt sich manchmal, warum du das an so einem Vorfeld. Irgendwie so verdammt viel Geld. Aber dann denkst du, hey, warum machen wir es dort in den Monat? Wirklich? Ja, theoretisch. Wahrscheinlich auch nicht. Am nächsten Tag denkst du, okay, gut, dass wir es nicht in den Monat machen. Am Anfang habe ich es jeden Monat gemacht. Ah, sicher? Jetzt sind wir irgendwann auf… Ich glaube, die dritte Staffel haben wir noch vier gemacht pro Jahr. Ja. Das hat gelangt. Ja, ja. Dann machst du zweimal einen Rhythmus. Und es ist noch lustig, weil wir haben ja auch die typischen Phasen gehabt. Die erste Premiere natürlich irgendwie so. Die Premiere am Anfang, so riesen Dinge, super nervös. Und dann habe ich mit der zweiten Ausgabe auch so laid back. Und dann ist gerade die zweite Ausgabe die gewesen, wo du gemerkt hast, okay, gut. Das ist schon gut gewesen, aber wir müssen uns vielleicht wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Das ist bei Theaterstücken, ist das auch so. Immer. Das ist auch bei meinem Programm. Die erste Premiere, die erste Vorstellung, super. Die zweite Vorstellung so, ah, easy. Und dann, hm, fuck. So eine typische zweite Vorstellung. Das ist cool. Ja. Was ist denn dein Fazit gewesen? Ja, darum habe ich dich jetzt so ein bisschen ausgefragt. Weil ich finde das mega schön und es bestätigt meine Theorie, dass man wahrscheinlich auch einfach in seinem Leben an einem guten Punkt sein sollte, um so etwas zu machen. Weil dann gibt es genau die Gefühle, die du jetzt erzählt hast. Und ich, Anfang 20, nicht so. Also, weil bei mir ist dann entweder gewesen, wenn die Show gut gewesen ist, danach hat ich es halt so gesehen, zack, und jetzt ist sie fertig. Und dann bin ich sicher in ein Loch gefallen. Und wenn sie nicht gut gewesen ist, dann bin ich eh schon im Loch gewesen. Und, äh, und es ist so, komplett einfach so ein Hamsterrad. Also, du bist nie aus dem rausgekommen. Weil es ist wie zu langer Abstand gewesen, auch einen Monat, um dann irgendwie von dem Zähren, im Positiven wie im Negativen, und du bist dann schon wieder am nächsten dran. Und, so geil es war, in einem gewissen Moment, habe ich gemerkt, ich kann es eigentlich auch nie geniessen. Ah, sicher. Und ich bin mir sicher, dass ich das jetzt anders könnte. Mega. Aber es sind auch andere Voraussetzungen gewesen. Ja, ja, voll. Also, ich glaube, aber es ist wahrscheinlich auch für dich so ein, wie soll ich sagen, so ein ankurbeliges Moment gewesen, um zu sagen, okay, gut, das ist jetzt das Ding, so nachher noch von dem kommt das Nächste, komme ich Solo oder mache ich Stand-Up oder irgendwie. Genau. Und bei mir ist es wie, gerade das Umgekehrte, der Questlove, der Drama von The Roots, haben wir gesagt, wo sie den Gig bekommen haben als Hausband von Jimmy Fallon, bevor es die Tonight Show war, ich habe es einfach gesehen, Late Night. Late Night, ja. Dass er diese Touren gemacht und Zeugs und Sachen, und weiß ich nicht was, der Questlove hat sehr viele Sachen gemacht, und er hat sich gesagt, hey, es hat sich angefühlt, dass er seit 20 Jahren lang einfach auf das hingeschafft hat. Und bei mir ist es jetzt wie so, nicht 20 Jahre, sondern halt irgendwie 15 Jahre. Ich habe das nicht gewusst, aber jetzt bin ich wie so, wo ich fand, hey, irgendwie, jetzt passt es irgendwie gerade. Jetzt habe ich wieder Selbstvertrauen, jetzt habe ich irgendwie auch die Kontakte irgendwie. Jetzt fühlt sich das mega richtig an. Ja. Und ich glaube auch, wenn ich das frisch gemacht hätte, als ich gestartet hätte, einerseits glaube ich, dass ich nicht an die Leute hinkommen wäre, irgendwie, weißt du, äh, ähm, Gäste irgendwie, oder? Und andererseits, dass ich irgendwie völlig unsicher gewesen wäre und irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste mich mega, mega weit profilieren und so weiter. Ich hätte gar nicht irgendwie die Entspanntheit gehabt. Ja. Und jetzt weiss ich, wie, ja, es kommt schon irgendwie gut, irgendwie, weißt du, ich habe so, so viele Bühneerfahrungen. Ja. Und ich habe natürlich das einigermassen gescheit gemacht. Ich habe natürlich zuerst die Leute angefragt, die ich kenne, wie zum Beispiel der, oder irgendwie Deville, oder irgendwie Pony M, oder irgendwie, äh, weiss doch auch nicht wer. Und nachdem die zugesagt haben, haben sie dann können sagen, gut, ähm, ähm, liebe XYZ, kommst du an meine Late-Night-Show? Ja, ja, ja. Die haben schon zugesagt, Patti Basler kommt, äh, der Schwell kommt, äh, und so weiter und so fort. Und ich habe mit dem hausieren, und das ist natürlich taktisch, äh, gar nicht mal so un-clever gewesen. Ah, ich bekomme die gleiche Gage, ausnahmslos. Also es ist wie, ähm, man kommt nicht wegen Geld, würde ich jetzt mal sagen. Also, mein Late-Night-Show. Mhm. Es ist eine gute Gage, aber es ist nicht irgendwie so, dass man, äh, der Reich mit, äh, damit würde ich. Und ich habe das Gefühl, so, äh, ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, hey, der Kreis schliesst sich und jetzt irgendwie bin ich so ein bisschen angekommen. Und, ähm, ja. Macht Spass. Das ist megaschön. Weisst du, ich glaube, wir haben noch nie so lange seriös geredet. Das ist wirklich so. In den letzten zwei Podcasts habe ich das Gefühl, dass ich, ähm, ich möchte, dass ich ein bisschen müde bin. Ich glaube, wenn ich müde bin, bin ich, bin ich seriös. Wir haben noch nie so spät aufgenommen. Stimmt. Sonst ist es so. Also für dich jetzt zuhören, es ist morgen um 4 Uhr. Genau. Und wir haben die ganze Nacht, äh, durchgemacht. Ist es so? Wir haben vorgesprochen. Ja. Weil wir einfach das sehr seriöser machen wollen. Und dann noch eingerichtet. Und dann noch eingerichtet. Weiss eigentlich, wüsste deine Mutzis, in welchem Haus du da aufnimmst? Ist das schon mal, äh, thematisiert worden? Es ist auch schon thematisiert worden, ja. Sicher. Also falls die, die das erste Mal zuschauen, auch, äh, Ziegelis, wenn ich es nenne. Also neben, es ist so ein Stockwerk in einem, wie sehen wir das? In so einem ehemaligen, oder immer noch halben Einkaufszentrum. Ja. Schrägstrich, allround Gebäude. Also neben daran hat es, äh, hat so einen Raum, da steht drauf, äh, was ist es? Gesunde Massagen. Mhm. Oder, ja, gesunde Massagen. Ja. Im Gegensatz zu den sehr ungesunden Massagen, die man sich gönnt. Ja, also weisst du, die ungesunden, das sind, das sind wahrscheinlich die, die mehr kosten. Ja, ist das ungesund? Ja gut, je nachdem. Ich weiss es nicht. Also auf jeden Fall, ich kann auch noch empfehlen, macht mal ein Meet & Greet mit dem Herrn von Mutzebecher und nachher einfach auch mal die Gebäude anschauen. Es ist eine Experience, auf jeden Fall. Als der Deville da war, hat er, äh, hat er, äh, ohne Kommentar, hat er mir per SMS, hat er mir irgendwie sieben Namen von Läden da. Hat er mir einfach alle mit einem Ausrufezeichen. Hat er mir einfach zugeschickt. Und das Beste ist ja, es hat auf der anderen Seite vom Gang, hat er einfach, äh, es ist ja auch so feinster Front, wo man quasi in die Räume hinein sieht, hat er einfach alles schwarz und vorne der AZ, wo drauf steht, keine, äh, keine Berechtigung für Zutritt, bitte WhatsApp-Nummer anrufen. Vielleicht gibt es doch eine gesunde Massage. Das wirkt, das sind wahrscheinlich sehr ungesunde Massagen. Aber die Gesunde kann das sehr empfehlen. Ah, sicher? Ja, schau mal, wie ich jetzt hier sitze. Entspannter als ich. Viel gesünder geht es nicht mehr. Ja, ist so. Aber ich finde es schön, wie du, ab der Sekunde, wo du gemerkt hast, dass wir Ernst reden. Ich habe schon den ganzen Tag, wo ich am Reden gesehen habe, gedacht, hey, das interessiert dich einfach niemand mehr, das ist doch viel zu lang. Langweilig. Hast du das auch im Privaten ab und zu, dass, wenn es dir zu ernst wird, dass du einfach irgendetwas musst, um es zu brechen? Also irgendetwas musst du sagen, irgendetwas musst du machen? Ja, ja, voll. Weil man es einfach fast nicht aushaltet, wenn es nur ernst ist. Ja, schon nicht gerade. Also ich bin eigentlich einer, der mega ruhig ist und privat eigentlich überhaupt nicht so völlig aufträgt. Aber es gibt halt so, vor allem in sozialen Situationen, wo du merkst, also wenn du irgendwie mit ein paar Kollegen oder so oder irgendwie, du merkst schon lange nichts mehr gesagt oder irgendwie, also hm, ich muss jetzt irgendetwas Dummes sagen. Aber es ist im Nachhinein. Nachdem ich es dir gesagt habe, habe ich gedacht, ah, jetzt habe ich alles kaputt gemacht mit dem blöden Spruch. Zum Beispiel jetzt die Podcast-Folge. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hätt ich nicht. Hast du noch etwas zu der Late-Night-Show sagen? Oder? Ja, kommt vorbei. Ja. Es geht weiter im September. In zwei Monaten Takt. Und was wirklich krass ist, wir haben es dann am Ende der letzten Ausgabe mit Steffi Buchli, sie war ein Überraschungsgast. Wir haben das angeteasert, dass es quasi in eine Staffel kommt. Und der Giacobbo ist, kennst du vielleicht den so einen aufstrebenden jungen Kleinkünstler, Victor Giacobbo, vielleicht auch schon gehört. Ah, ja, 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 ja. Und dann sind gerade wieder Huren für Tickets weg. Und dann ist halt noch die Zeit gekommen und jetzt sind eigentlich die Hälfte für Tickets schon wieder weg. Das heisst, das wird cool. Triana kommt, das Best Talent, SRF Musikerin. Mhm. Das wird auch sehr, sehr cool. Oh nein, nicht die Website zeigen. Ich finde eben, die Website ist sehr, sehr schrecklich. Das darf ich noch nicht sagen. Es ist sehr, sehr, das ist das Einzige, wo ich nicht dahinter stehe. Ich finde, die Website ist, das darf man jetzt auch nicht sagen. Wer die Website macht, ist eigentlich ein cooler Typ. Aber ich finde so, hm. Jetzt gehe ich auch auf die Website natürlich. Ja. Die Website, finde ich, ist noch so ein bisschen Work in Progress. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die Tickets gehen ja trotzdem weg. Es ist so, auf Insta im Grunde eine Runde. Oh, das ist mein bescheidener Profil. La Vashkili. Kleines Wortspiel. Und, wer ist noch zu Gast? Jane Mumford. Die Grossart Jane Mumford ist zu Gast. Es wird super. Und nachher in zwei Monaten Takt und wir sind jetzt noch ein bisschen das Programm zusammen schustern. Also ich mache eigentlich das Booking vorwiegend. Ja. In Absprache mit dem Cast und mit Nina von der Schütze, Nina Knapp, die das super macht. Und es wird cool. Und jetzt möchte ich nichts mehr zu der Late Night Show sagen, um deine Frage zu beantworten. Cool. Möchtest du noch etwas zu der Late Night Show sagen? Nein, alles in Ordnung. Feelgood Nummer 2. Ich muss spicken. Also, ähm, ich habe natürlich, hm. Ich denke mal, das Offensichtliche ist quasi das wirklich, wirklich grosse. Das machen wir am Schluss. Also, das ist eigentlich offensichtlich vielgutige. Okay. Darum vielleicht etwas Megabanaus. Ähm, was haben sie aufgeschrieben? Ah, Zündhölzli. Du hast ja gesagt, ich soll... Ich weiss nicht, ob die Leute das wissen, die das hören. Ich muss es quasi wiederholen. Äh, die Leute, du hast gesagt, ich soll, ähm, anhand von spezifischen Sachen. Mhm. Die viel guten Momente. Ja. Äh, umso spezifischer, desto geiler. Das ist das Zitat gewesen. So ist es. Aber es ist ja so. Voilà. Darf ich noch kurz erzählen, wenn wir schon beim Klamauk sind, äh, die grossartige Ankündigung von heute? Ähm. Weil ich habe ja seit Wochen... Ich habe genau gewusst, dass... Nicht einmal eine halbe Stunde. Ich habe genau gewusst, dass du es erzählen wirst. Ja, natürlich. Aber es ist ja... Das ist ja... Das ist ja viel guter Moment gewesen. Eigentlich hätte ich das mitnehmen, zwar mein WhatsApp, Chat for Love. Ich habe ja seit Wochen darauf gewartet, dass du mir irgendein Briefing schickst. Und dann habe ich heute am Morgen... Ist alles im Doodle. Alles im Doodle. Ah. Mist. Ich habe das Doodle nicht gelesen. Das hättest du vielleicht müssen sagen. Ähm. Und dann habe ich gefunden, komm, ich frage mal kurz nach. Und dann, äh, eben, wenn und wie und wo und sowieso. Und dann hast du Sprachnachricht geschickt, wo ich am Lassen war. Ja. Und dann hast du erzählt, eben, irgendwie, da am Morgen am Vier ein. Zuerst noch die Nacht durchmachen. Vorbereiten. Kurz noch Gänge anschauen mit der gesunden Massage. Und mit den gratis Köpfungen. Und was hat es noch irgendwie mit den Tierversuchen? Ja. Dancelab. Dancelab, genau. Und, ähm, Volkshochschule. Ähm. Baseldeutsche Voranfänger. Auch in dem Gebäude. Ganz klar. Viruslabor. Viruslabor. Mhm. Wo neue Viren... Sie sind... Ah, ist von dort durch das Corona-Koch? Ja. Ah, das Wuhan-Studio. Richtig. Richtig. Aber sie mussten es umbenennen. Ah, ja. Das ist natürlich Marketingtechnisch. Ich hatte Imageprobleme. Ja, ein bisschen. Und, ähm, da hast du mega lange erzählt und gesagt, ja, wir sollen doch ganz spezifisch etwas mitnehmen, Zeugs und Sachen. Und irgendwie der Gammetaler hat irgendwie sein, äh, 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 Buchbändeli mitgenommen. Und ich halt gebannt, habe ich das gelöst und ich bin, äh, äh, an der Lippe gehangt und habe das natürlich notiert und habe mich gefreut. Und dann plötzlich ist die Nachricht weg. Und es kommt eine neue Sprachnachricht, äh, die wesentlich kürzer war. Ja. Sie sind begnannt. Aber, äh, erstaunlichweise, sie sind völlig genau gleiche Sätze drin gehabt. Als ich gemerkt habe, du sagst das nicht zum ersten Mal. Also der Satz, den du gesagt hast, äh, je spezifischer, das ist der geiler. Habe ich gefunden, so habe ich es noch nie gesagt. Ist eins zu eins, äh, noch einmal vorgekommen. Genau. Ich habe gedacht, ah, so habe ich es noch nie gesagt, aber finde ich gut. Ich sage es wieder so. Sie sind gut. Und am Ende der Nachricht hast du gesagt, ja, äh, äh, sorry, ich habe den Vortrag schon mal eine Nachricht geschickt, aber ich habe sie noch einmal aufgenommen, weil die ist ein bisschen lang gewesen. Ja. Und nachdem jetzt beide, beziehungsweise eineinhalb Nachrichten gelostet habe, ist es viel länger gegangen, als wenn ich einfach die erste komplett gelostet hätte. Darum, äh, gratuliere. Dumm gelaufen. Sehr gut. Und dann musst du natürlich noch sagen, jetzt weiss ich nicht, wie es mit dem Gammentaler gandet hat. Und dann ist es noch länger geworden. Dann habe ich extra schnell den Teil vom Gammentaler rausgeschnitten und dir geschickt. Du merkst, ich habe wahnsinnig viel zu tun gehabt. Aber. Extrem. Jetzt kommt es. Ich probiere, weil ich ein bisschen Labortyp bin. Nein, sag das nicht. Und ich habe so ein blödes Buch gelesen über so verschiedene Persönlichkeiten und bla bla. Und ich habe mir so zum Ziel gesetzt, manchmal vielleicht ein bisschen prägnanter und mehr auf den Punkt zu reden. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nichts Gescheites gesagt. Das ist so. Aber beim Podcast ist es ja wieder etwas anderes. Es ist ja auch ein Podcast. Ja. Aber bei einer Sprachnachricht denke ich so, ich mache sie eh schon nicht gern. Aber gerade eben das Erklaren mit vielen guten Themen und so. Da habe ich gedacht, mache ich eine. Und dann habe ich gemerkt, die ist viel zu lang. Das ist jetzt wirklich so gelaber und ich will eigentlich nicht deine Zeit verschwenden mit, wenn man das kürzer hinbekommt. Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe die erste Nachricht erst gelöscht, nachdem ich die zweite geschickt habe. Ja. Ich würde sagen, das ist so. Hast du das nicht auch, wenn du irgendeine Sprachnachricht bekommst oder irgendeine Message und dann steht einfach gelöscht eine Nachricht? Was steht da immer? Irgendwie so was? Ja. Diese Nachricht wurde gelöscht. Das nimmt mich sehr wundern, was das war. Ich finde das immer so recht fies. Das finde ich auch. Und ich mache es nicht gern. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich sage es dir extra noch. Die ist jetzt kürzer und prägnanter. Quasi, wie gesagt, alles, was du eigentlich gehört hast. Es ist ja einfach ein bisschen mehr auf den Punkt gewesen. Und es ist ein Lernprozess. Also es wird dann nicht passieren. Definitiv. Definitiv. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ah genau, wegen den spezifischen Sachen, die umso geiler sind, wenn man sie mitnimmt und sie quasi kurz und prägnant sind. Zündhölzchen. Jawohl. Ich habe natürlich dann mega lange überlegt. Ich habe meine fünf Momente relativ schnell gehabt. Aber dann überlegt, was ist sinnbildlich für das? Was ist spezifisch für das? Und ich habe Zündhölzchen, ich habe sogar wirklich physisch aus einzigem mitgenommen, aber ich habe sie jetzt da hinten in meine Tasche, die ich deponiert habe bei der Gesundheitsmassage. Ich habe gerade einen Termin abgemacht. Hat es 9K zwischen all meinen, die ich heute schon verbucht habe? Ja, sie haben etwas von einer gewissen Schule Fallpunkt M-Punkt gesagt, der möchte anonym bleiben. Ich dachte, hm. Interessantes Kürzel. Nein, Zündhölzchen und zwar von meinem Programm. Mein Programm heisst 99 Grad Wortspiel am Seidenpunkt. Und mein Merch. Die Plakate ist so geil. Ich habe Freude. Das darf man jetzt zeigen. Ja, zeig mal das, Christoph. Meine Webseite und mein Plakat finde ich jetzt in Albescheidenheit. Genau, du kannst eben Kilianziegler.ch und dann kommt auserst... Die S-Ausbrücke ist mein Name und mein Nachname und ein Punkt CH hinten dran. So kann man es sich merken. Ah, voilà. Und das Plakat ist halt auch einfach das Motiv drauf und das ist jetzt quasi der Countress hochgezahlt und dann zack, Kilian Siegler. So, und wenn du noch ein wenig weiter runtergehst, kommt das Plakat. Das ist der Pressetext, wo steht, was ich alles Gescheites gemacht habe. Zack. Ja. Das ist das Plakat. Ich habe schon sehr, sehr Freude. Und da habe ich dir ja sogar extra geschrieben, zum sagen, dass es geil ist. Ich glaube es. Ja, stimmt. Und ich habe es sehr Freude gehabt. Ja, wirklich. Weil ich glaube, gute Plakate werden zusätzlich geschätzt. Ja, ja. Ich glaube auch. Und ich muss auch sagen, ich habe auf alle Plakate, die ich gemacht habe, beziehungsweise ich das machen lassen, das mache ich nicht selber, da bin ich sehr, sehr stolz. Aber auf das irgendwie habe ich gefunden, das ist jetzt besonders noch irgendwie besonders durchdacht und das ganze Design und Webseite und irgendwie alles ist im gleichen Design irgendwie und auch das Bühnenoutfit, alles irgendwie ein bisschen in rot gehalten und so. Da habe ich schon sehr, sehr Freude. Und darum, ja, ein sehr cooles Programm, das ich auch noch empfehlen kann zu schauen, 99 Grad. Und ich kann auf jeden Fall eben so Zündheils machen lassen, wo eben 99 Grad draufsteht. Mhm. Und ich habe eben eine scheisse Freude an meinem Programm. Und das ist eigentlich nicht das, was ich will sagen, sondern der Glücksmoment, den ich hatte mit meinem Programm. Ich bin der Künstlerinnenbörse gewesen zu tun. Mhm. Wo für mich so eine riesen Nervensache immer ist. Bist du mal aufgetreten, der Künstlerbörse? Noch nie. Es ist natürlich auch so. Also Stand-Upperinnen haben eine gewisse Hassliebe gegenüber dem Format. Da habe ich mit ein paar noch Leute erfahren. Ich habe es noch nie gesehen. Ich kann es Ihnen empfehlen. Das wäre nicht aufgetreten. Ja. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe es leider nicht gesehen. Also für dich, was nicht können, das ist halt wirklich eine Börsenbörse, wo du quasi mit deinem Programm bewerben kannst. Und du kannst im Idealfall 20 Minuten zeigen. Mhm. Und du hast halt irgendwie einen Saal von, keine Ahnung, 600, 700 Leuten. Kaka Thun, äh, Künstler, äh, wie heisst es, ähm, Kongress und irgendwas. Thun. Einen riesigen Saal. Und du kannst auch 20 Minuten zeigen. Und du hast fast nur Veranstalter innen und irgendwie Radioleute und Fernsehleute in dem Raum. Plus noch ein paar, die einfach mal schauen können. Und wenn du auch einen guten Auftritt hast, dann hast du dann einfach die Agenda voll. Mhm. Und ich bin super nervös gewesen, weil ich eigentlich schon mit meinen anderen Programmen spielen konnte. Und wie gewusst, hey, wenn du einen guten Auftritt machst, dann hast du halt einfach irgendwie die nächsten zwei Jahre zu tun. Mhm. Und ich spiele mein Programm immer drei Jahre. Das ist so ein bisschen in der Kleinkunterszene, ist so ein bisschen anders als in der Stand-up-Szene, wo du es, glaube ich, ein Jahr lang, ein, halb Jahr, irgendwie sowas, an welchem machst du das Programm? Ja, ich habe es seit langem ein Jahr gemacht, aber zwei. Oh, das ist streng. Eben zwei, ich mache es eigentlich immer drei Jahre. Ja. Aber die meisten machen es sonst auch drei. Ja. Ich mache es eben auch so. Und ich habe gewusst, hey, ich darf es eigentlich nicht verkacken. Und ich bin immer gut vorbereitet gewesen. Und ich habe meine vorherigen Programme mit Samuel Blatter, mit Musiker, zusammen gemacht. Das heisst, wir haben wirklich das Zweite können, das abfedern. Und das ist halt das erste Mal, wenn ich wirklich solo an das Ding habe. Und, ähm, und ich habe mich, glaube ich, noch nie auf einen 20-Minuten-Auftritt so fest vorbereitet. Und irgendwie, es hat einfach zündet. Also im Wurstelsinn vom Wort mit einem Zündhäuschen. Mhm. Ah, das ist mir jetzt ins Ingo. Sicher nicht. Wow. Es hat zündet. Da sieht man mal, wie schnell die Hirne ist. Wird das aufgezeichnet? Das muss man unbedingt aufzeichnen, der Podcast. Nein, und irgendwie, ähm, es war so ein schöner Moment, weil du kommst halt irgendwie raus, du hast so einen Druck, den wir vor allem selber gemacht haben irgendwie. Mhm. Und dann merkst du irgendwie so nach 3-4 Minuten an, die Lacher kommen, die Leute sind bereit. Und irgendwie, ich bin so wirklich auf dieser Bühne angefunden, okay, äh, es fühlt sich sehr gut an. Und irgendwie, ich bin so, ich weiss auch nicht, äh, wirklich viel gut, im Wurstelsinn vom Wort. Und, äh, ja, es hat zündet. Und, äh, ja, es hat zündet. Und ich habe viele Auftritte, äh, reinbekommen, die jetzt noch auf der App-Seite kommen. Sie sind noch nicht alle drauf, aber irgendwie, ähm, ja. Aber es ist geil. So, so wie du es mir jetzt erzählt hast, so sehe ich es zum ersten Mal bildlich, so wie so eine, wie so eine Netflix-Serie oder so. Mega fest, mega fest. Mit so, this is my one chance, oder? Im Hintergrund läuft noch ein M&M. Ja, genau. Es ist ein Luister-Self. Und dann hast du noch so einen 90-jährigen Typ in einem Dreiteiler und mit einem lustigen Schnauz, der dann also, gerade bevor du auf die Bühne gehst, macht dann also, der dann so auf die Schulter klopft und sagt, hol sie dir, Cowboy. Oder irgendwie so, gell? Selbstverständlich, selbstverständlich. Und das Ding ist halt eben, das Problem ist so ein bisschen, und die Storys gehörst du aber auch immer wieder, wenn du natürlich, es ist ein bisschen ähnlich, wir haben darüber geredet, glaube ich, wo du das erste Mal bei Chuck Mowell warst. Yes. Es ist genau das Gleiche, du hast halt irgendwie einen verdammten Veranstalter drin, und wenn du einen guten Auftritt hast, dann bist du drei Tage lang, bist du halt einfach der, der auch so, ah, ich habe den Auftritt gesehen, mega geil. Und zum Teil auch im Kleidtheater, drei Jahre später, so, hey, wir haben die Bucht nach der Künstenbörse. Oder irgendwo an einem scheiss Apero, ah, wir haben die Künstenbörse gesehen, mega cool. Aber wenn du einen schlechten Auftritt hast, dann heisst es halt, oh ja, ähm, ja, wir haben die Künstenbörse gesehen, es hat uns nicht so gefallen. Und das bleibt verdammt im Hinterkopf. Auch wenn du schon drei Programme später irgendwie... Ja. Und das ist halt schon krass. Hättest du das mal gehabt? Ich habe es nicht gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr talentiert bin und Profi. Und mir ist so Zeug nicht passiert. Aber ich kenne von ein paar Kollegen, die das passiert ist, die nicht schlechte Leute sind, sondern halt irgendwie vielleicht den falschen Ausschnitt gemacht haben, den falschen Text, die falsche 20 Minuten. Und das ist schon schwierig. Du willst dein Programm zeigen. Ja. Du kannst nicht einfach einen 20 Minuten Ausschnitt. Du musst es irgendwie zusammenstellen. Du musst irgendwie, du willst eine Geschichte erzählen oder irgendwie so den roten Faden irgendwie... Dort ist ein Stand-up eigentlich wieder einfacher. Stand-up ist durch das halt prädestiniert. Ja. Du kannst irgendwie viel einfacher etwas rausnehmen. Mhm. Und was ich krass gefunden habe, Sven hat dann einfach auch irgendwie Crowdwork gemacht. Mhm. Was ich extrem mutig finde. Und Sven ist natürlich quasi sehr gut im Crowdwork und es hat super funktioniert. Würde ich mir nie getrauen. Also ich würde... Das ist für mich viel zu viele Tagesformen, viel zu viele Zufallskomponenten. Ja. Aber er hat das... Der Mensch ist einfach ein verdammter Profi. Super gemacht. Bravo. Um ein wenig weitermachen. Bleib dran. Bleib dran. Hey, du hast eine grosse Zukunft von dir. Ich hatte ja die Börse gesehen. Also ich werde die buchen. Und ja. Von dem bin ich froh, ich habe nicht verkackt. Aber eben, es gibt Kolleginnen, die das Falsche ausgesucht haben und dann irgendwie ja, ein bisschen unterdürfen haben müssen. Es ist lustig, weil... Aber geh an Börse. Also ich kann es dir empfehlen, weil... Ja, ich... Also ich habe... Das Coole ist, ich glaube, mit Cenk ist das so gewesen. Ich habe mal mit Tim darüber gesprochen, mit seinem Manager. Und auch der Booker. Und auch der... Ja, alles. Tim für alles irgendwie. Natürlicher Masse, ja. Natürlicher. Gesundheitsmasseur. Gesundheitsmasseur. Wobei... Masseur. Sagen wir mal Masseur. Ja. Und er hat gesagt, mit Cenk sind sie halt in Theater reinkommen, wo sie nicht reinkommen sind. Ohne die Börse. Weil sie haben wie so die üblichen Stand-up-Locations gehabt. Ja. Aber sie haben auch den Ort gekommen, wo auch sie als Agentur irgendwie sonst noch nicht drin gewesen sind. Und auf dem her ist es mega cool, um den Horizont ein bisschen zu beibringen. Das habe ich ja auch erfahren vom Tim und Cenk. Und ab dann habe ich mir zum ersten Mal überlegt, dort zu spielen. So. Aber? Ähm, ja. Es sind noch ein paar Faktoren. Ähm, wie zum Beispiel in dem Punkt ist es eher schwierig, dass ich allein bin. Also oft hast du ja, äh, du hast eine sehr tolle Agentur und dann hat die Agentur dort auch einen Stand und danach werden eben alle Acts, die die Agentur hat, werden irgendwie hoffentlich präsentiert. Und dann hat man so ein bisschen Maschinerie dahinter. Und die habe ich nicht. Das heisst, ich müsste alles alleine machen. Und auf das wollte ich mich noch nicht ganz einlassen. Und ich bin natürlich auch, das ist ein ganz dummes Ego-Ding, ich bin natürlich auch immer sehr stolz gesehen, dass ich sagen kann, ich bin noch nie an der Künstlerbörse gesehen. Ah, okay. So quasi, es geht auch anders. Und ganz blöd, aber zum Beispiel alle die, wie du sagst, die Stand-up-Locations, die sind ja auch erst entstanden, aufgrund von, da nehme ich mich jetzt dazu, ein paar Leute, die gesagt haben, irgendwie die Kleidtheater und Stand-up, das matcht noch nie zumindest. Und irgendwie gibt es aber sicher ein Publikum, das das will sehen. Man muss einfach das Publikum finden und das Publikum muss einen finden. Und so sind dann halt, eben, auf einmal ist man dann an irgendwelche Bars und Clubs und sonst abgefuckte Schippen. Massagesalons. Massagesalons. und Dance Labs gegangen. Viel gehört. Und hat dort effektiv neue Auftrittsmöglichkeiten generiert. So, oder? Und das habe ich eigentlich auch recht geil gefunden, weil es hat für mich so ein bisschen das Punkrock-Ding gehabt. Und ich fand, yeah, wir machen so unser Ding und so. Und jetzt natürlich, je grösser Stand-up geworden ist, desto mehr ist das auch so ein bisschen zusammengekommen. Und jetzt spiele ich auf einmal auch an genau diesen Locations, wo ich vor zehn Jahren gesagt habe, das würde nie im Leben gehen. Und es geht sehr gut. Und darum ist natürlich jetzt langsam eben so der Punkt, wo man sagt... Ja, voilà. Das... Ja, das fühle ich voll. Aber ich habe das Gefühl, eben, ich glaube, du könntest eigentlich nur profitieren. Also, weißt du, es ist mega... Sich... Zum Beispiel, ähm... Das ist ja nicht so mega... Das wäre jetzt so mega herablassend. Nein! Nein, weißt du, also... Ich habe nicht verstanden, absolut. Ein weise, äh... Weise, äh... Mann kann das sagen. Mach's, Joel, mach's! Mach's! Es wird ja nur gut zu tun. Nein, ich... Ich... Aber ich... Ich... Profitiere sehr gerne von deiner Weisheit. Ich mache es eben umgekehrt, weil ich bin ja nicht ein Stand-Upper per se, aber ich trete immer wieder so ein bisschen, sehr, sehr vereinzelter Stand-Up-Sachen auf. Zum Beispiel letztens bei dir jetzt Basel im... Im Stadtcasino, wo es super gewesen ist. Oder irgendwie letztens bin ich das erste Mal... Ich bin ein bisschen hässig gewesen, dass es so lange gegangen ist. Das erste Mal im Bernatheater aufgetreten beim Stand-Up. Waldklasse, ja. Es ist super gewesen. Es ist mega geil gewesen. Und ähm... Es ist wirklich so... Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, weil vor mir sind so ein paar sehr Stand-Upige Stand-Upper gewesen, die wirklich rasiert haben. Von mir ist der... Nicht direkt, aber fast direkt von mir ist der Jo so gewesen. Ja. Und er hat einfach mega abgeliefert. Und ich habe auch einfach dort ein Set geschaut und gedacht, hey, es ist so lustig, es ist so gut. Und ich bin wirklich so... Instant-Fan geworden. Ich habe einfach einfach so über Social Media gekannt. Aber noch nie. Es gibt so viele Leute, die man irgendwie... Aber wir können es nicht richtig. Ja. Und ich sehe es live. Und dann habe ich so... Voll geil. Und bei ihm habe ich wirklich so einen Aha-Moment gehabt. Und ich fand, hey, super geil, super lustig. Und dann habe ich gefunden, shit, ich werde jetzt nicht auf die Bühne, weil ich weiss nicht, ob das, was ich mache, weil es halt nicht klassisch Stand-Up ist. So, ich habe es dann schon für Stand-Up irgendwie. Und ich habe wirklich Schissen bekommen, weil es sind gleich irgendwie... Sind das 300 Leute? 400 Leute? Ja. 73, 80 oder so. Und er hat wirklich eine alte ehrwürdige Saal. Und irgendwie fand ich, ah, Stand-Up, mega geil. Und es hat super funktioniert. Und ich habe irgendwie Leute erreicht, die ich nicht erreicht hätte, wenn ich jetzt nur in meinen üblichen Locations... Aber ich habe mir gefunden, ach, ich mache kein Stand-Up. Ich mache jetzt nur Slam-Porter. Ja. Ja. Und ich habe wirklich so... In den allermeisten Fällen, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen ist es ein Gewinn, an Ort aufzutreten, wo man einerseits als Künstler nicht oft ist, aber auch wo die VeranstalterInnen nicht unbedingt jetzt das Genre buchen. Ja. So. Aber ich glaube, ich verstehe, dass man anfängt, wie finde, hey, ich mache mein eigenes Ding. Ich werde mich irgendwie anbiedern auf diese Seite und auf diese Seite. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wäre es das Beste, was da passieren könnte. Weil du einfach wirklich quasi dann... mehr Gigs. Noch mehr Gigs. Hörst du so? Ich glaube es auch. Und auch mehr Leute erreichst. Ja, ja. Darum... Ich fände es gerne. Es ist wahrscheinlich auch noch... Ich würde bei dir als Stand stehen. Mutzenbecher Entertainment Ziegler. Kann ich ihnen behöflich sein? Das wäre ja wildklasse. Darf ich dafür an deinen stehen? Das wäre ja geil. Ich müsste mir die Agentur fragen. Einfach damit man nicht die eigenen Shows buchen muss, sondern einfach für jemand anderes. Das wäre cool. Ich fände das lustig. Aber ich bin eben... Wie soll ich sagen? Ich würde das eben nie selber machen. Das, was du jetzt offenbar allein machst, scheisse mich auch so an. Ich bin auch sehr schlecht in dem. Und ich bin sehr froh, dass Leute haben, die das machen. Aber unser Stand, also Dreh-und-Angelpunkt ist meine Agentur. Lieber Gruß aus Lyseroth und Team. Ich bin sehr, sehr lange schon und sehr, sehr happy mit dieser Agentur. Und ist immer sehr nahe, wenn nicht sogar neben dem Stand vom Team. Ah, ja. Neon Grau. Und das ist auch immer sehr lustig, weil es gibt nicht mehr Alkohol. Ja, ja. Es wird mir immer wie schmackhafter gemacht. Ich bin jetzt ganz ehrlich, wahrscheinlich ist auch noch so 30% Selbstsabotage dabei. Weil... Nicht einmal das Gefühl von, ah, weil das ein schlechter Auftritt wird. Aber dann haben alle gesehen, dass es ein schlechter Auftritt ist. Sondern auch für mich so... Eben, weil es eh schon immer so gesehen ist, sagt man, ist es halt einfach so. Und man hindert sich dann ein bisschen daran, den Schritt überhaupt zu gehen. Das verstehe ich nicht. Aber ich schätze sehr, dass du mich ermutigst, das zu machen. Ich glaube, das war auch bei den LateNight schon. Unser Cheftechniker, der Steff. Ein lieber Gruß. Der Steff-Techniker? Der Steff-Techniker? Bäm. Schenkt er? Ich möchte ihn ablehnen. Ich möchte ihn sehr gerne nicht annehmen. Aber es war lustig. Er hat wie gesagt, Schule von Utsenbecher. Ich habe ja quasi von dem Namen gekannt. Und dann den Auftritt gesehen. Einer von den Lieblingsmomenten dieser Staffel. Wirklich? Und das ist ja mega oft so. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Jo so. Ja. Dass du irgendwie kennst etwas vom Namen. Und du denkst, ah, sicher cool. Muss man irgendwie checken. Und dann siehst du noch mal. Oder sieh live. Ja. Und... Es huckt irgendwie. Und ich glaube, das ist genau das, was passieren könnte. Bei der Künstlerbörse ist jetzt eben dort bei der Late-Night-Schule passiert. Und darum irgendwie... Ich liebe so Momente irgendwie. Und darum habe ich es auch cool gefunden bei der... Bei der... Bei der Bernhard-Theater-Geschichte. Wo dann auch... Der... Wer heißt der Lorenz? Der Dings gesagt hat, hey. Hat mega gut funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja. Natürlich. Dann musst du mich abholen. Ja, ja, ja. Und darum habe ich das Gefühl... Ich bin dann ausser mit einem gewissen Stolz aus... Im Sinn von, ähm... Dass ich wahrscheinlich wieder dort auftreten. Mhm. Ja, sicher. Darum, äh... Sicher. Yes. Somit ist das Zündhölzli... Wie viel gut. Das Zündhölzli ist mein Feelgut. Nummer zwei. Und bei der Late-Night-Show wäre mein... Oh, wenn jetzt müsste ich raten. Was ist der Gegenstand gewesen, wo die Late-Night-Show repräsentiert? Ich habe nämlich sehr lange überlegt, was das könnte sein. Der Gegenstand? Ja, gut. Du hast viele Gegenstände gehabt. Aber sicher, du musst sie bechen, oder? Nein! Aber, ähm... Ich möchte auch noch schnell die Kamera zeigen. Also, falls ich da haptisch sehr, sehr wertvoll und, ähm... Jetzt ist es bei mir. Ja. So. Falls ich da... Äh... Wie soll ich... Haptisch, sind sehr wertvoll und hochwertig anfühlt. Es ist... Wie nennt man... Wie nennt man das, äh... Das Material? Äh... Hartplastik. Hartplastik. Sehr, äh... Ja, ich meinte, Sigma Hagoni. Aber es ist sehr, sehr, äh... Genau, stimmt. Du hast mir so gerne mitgebracht. Danke nochmal. Der ist bei mir, äh... Ich muss das Mikrofon reden. Der ist bei mir sissi-prominent, äh... Aufgestellt. Ich habe sehr Freude daran. Nein, der Holztisch. Wir haben so einen bohnenartigen, bohnenförmigen Holztisch, den ich sissi-cool finde. Und ich merke auch so, an einem Tisch, man kann sich so dahinter verstecken. Ich fühle mich so sehr nackt hier, quasi. Das letzte Mal haben wir auch einen Tisch gehabt, oder? Ja. Hattest du lieber am Tisch gehabt? Ja, ich merke so, man muss sich irgendwie... Man merkt sich irgendwie so entspannt in einem Sessel. Aber ich fühle mich sehr, äh... Ausgestellt und sehr unversteckt. Ja, sonst... Sonst nimm doch so ein Küsschen vor. Das siehst du immer bei... Bei so Reality-Shows, wenn sie so abgesetzte Interviews machen, und sie müssen auf einem Sofa sitzen, dann haben sie immer eine Küsschen vorne dran. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Produzenten... Sicher. Produzenten-Innen-Trick, dass sie dann oft so sagen... V.a. das Lichtgut würde das natürlich so absorbieren, oder? Du kannst jetzt nur mit dem Licht spielen. Genau. Du hast einen schönen Reflektor. Ein Reflektor? Das habe ich gesucht. Und jetzt sind wir wieder in einem Scheissdreckler. Was für ein Bullshit. Jetzt fühle ich mich wieder zuhause. Hm. Okay. Aber wir haben ja noch drei. Wir haben ja noch drei. Sind wir in der Zeit? Ja, ja. Alles gut. Drei, vierter Stunden. Grossartig. Ich habe das schon im Griff. Keine Sorgen. Ich muss aber auf den ersten Zug. Auf den alten. Da fährt er bei Erststamm 5 vor 5 ein. Oh, da sind wir schon fast. Das wird ganz knapp. Da ist sie wieder mal. Die überraschende Unterbrechung, mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben, oder nicht haben wollen. Mein aktuelle Programm Zero hat nochmal ein paar Tour-Termine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joel-von-mutzen-becher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josep Brizza und Teddy Hall. Also geht schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ah, okay. Etwas relativ banales. Und zwar mein Atelier-Schlüssel. Und zwar, ich habe ja ein Atelier. Ja, 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 ja. Und eigentlich ist es einfach ein Büro. Also eigentlich ist es einfach ein Büroraum. Aber ich finde, Atelier klingt einfach so viel besser. Aber, das ist ja schon nur faszinierend. Weil, ähm, habe ich mir jetzt gerade vor, äh, von der Julia Steiner. Kann ich mir das sagen lassen, dass du ein Atelier hast? Das habe ich nicht gewusst. Doch, 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 doch. Wenn man meine Videos schaut auf Social Media, ähm, das ist für die älteren Zuhörerinnen im Internet. Hast du eigentlich viele ältere Zuhörerinnen? Oder bist du mehr so, bist du V-Generation Z? So mit deinem... Nein, wir sind der Traum vom SRF. Wir sind... Ah. In der Runde eben auch. In der Runde eben auch. Wir sind... Schebang in der Mitte, äh, von der werberelevanten Zielgruppe. Ah, hört, hört. Also wirklich. Das ist so ein... So ein Berg. Das Langetal ist ja quasi die Durchschnittsstadt, wo sie lange Zeit... Ja, aber wir sind nicht Durchschnitt, sondern wir sind wirklich nur in dem. Also wirklich unter 18 fast niemand und über 45 fast niemand. Ach so, ah, dann habe ich es falsch verstanden. Ach so, weil beim, äh, äh, in der Grund der Runde ist eben so mehr das SRF-Publikum. Aha, nein, sondern eben der Traum vom SRF. Ach so. Die werberelevanten Zielgruppen 18 bis 45, oder? Heisst es immer. Ja. Und, äh, dort ist es bei uns genau so... Es ist halt so ziemlich genau so alt wie die Leute... Ähm, so alt wie ich bin, so alt sind die Leute. Und das mit ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. 25. Richtig. Sehr toll. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Äh, ja, genau, stimmt. Wenn man Social Media... Ähm, ich bin ja eigentlich... Ich wollte seit Jahren mehr machen von Social Media. Und Videos und Sachen. Aber du weisst, was es ist. Es braucht auch Zeit und Nerven und sowieso. Und, ähm, die Videos, die ich mache, die mache ich im Atelier. Also dort alles, wo irgendwie hinter so einer Bücherfront oder Plattenfront... Ich habe immer gedacht, das ist bei dir daheim. Aber in dem Fall... Nein, 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 nein. Ich habe ein separates Atelier. Und... Wie soll ich sagen? Ich habe mir auch überlegt, ja, man könnte einfach sagen, das ist das Büro. Aber ich finde eben so... Es ist wirklich einfach ein Ort, wo ich hingehe zum Schreiben. Und ich kann auch daheim arbeiten. Aber ich merke einfach... Einfach den Prozess. Rausengehen, in einen separaten Raum, sich nicht zu beschliessen. Das ist schon Gold wert. Man hat irgendwie ein anderes Mindset, als wenn man irgendwie... Daheim bist, dann... Ah, jetzt könnte ich eigentlich noch das machen. Und ich könnte eigentlich noch geposten. Und vor allem, ich müsste das noch machen und das noch. Und irgendwie so... Gerade jetzt heute, wo ich im Atelier gewesen bin, vor etwa 18 Stunden, wo noch mittag war. Mhm. Jetzt ist er morgen am 4.00 Uhr. 5.00 Uhr. Ja. 10.00 Uhr mittlerweile. Oh, mit Zugfahrt. Nimmst du den Nächsten. Ein wunderschöner Tag gewesen. Sonnenschein. Ich habe das Feisch drauf gemacht. Daraus hat die Vögel zwitschert. Ich habe einen Kaffee auf den Pod gestellt und fand, hey, eigentlich ist das schon ein super Privileg, dass man will, dass ich mir das Atelier leisten kann. Gut, das ist das alte. Es ist jetzt nicht die Zürichpreise, sondern das alte. Ich bekomme Geld, das in den Raum beziehe. Weil Alte sind Immobilienpreise noch gesund. Und ich weiss auch nicht, es ist so ein Raum, wo ich mich einfach wohlfühle, wo ich finde, hey, es ist super cool, dass ich das habe, dass ich dort arbeite. Es ist wirklich ein Traumverhältnis. Weil ich habe ein eigenes WC und eine Heizung und es ist nicht einfach, weißt du, normalerweise ein Atelier ist einfach irgendwie eine Garage oder irgendwie neben einer Gesundheitsmassage Praxis oder weiss ich nicht was. Es ist ein normales Gebäude mit normalen Geschäften über mir. Oh, jetzt hast du. Du, Markus, das ist aber nicht in meinem Atelier. Christoph heisst er. Christoph? Ja. Ich habe vorher schon Markus gesagt. Stimmt. Mein Bruder heisst Markus. Das kannst du mir auch Markus sagen. Ah. Jetzt habe ich mega selbstbewusst Markus gesagt und bin sehr stolz darauf gesehen, dass ich die Namen gewusst habe. Christoph, natürlich Christoph. Das ist aber... Das ist aber nicht in meinem Atelier. Was ist denn das jetzt? Das ist in Winterthur, in einer Logopädiepraxis. Das ist kein Witz. Zentrum für das Kind heisst das, glaube ich. Ich habe gedacht, das ist... Kannst du mal ein Trepsi darauf machen? Eine von denen... Genau, das ist mein Atelier. Ich habe gedacht, das ist eine von den Büroräumlichkeiten, die da unten nicht gesehen, aber nein. Nein, 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 nein. Ah, ja. Das ist mein Atelier und das ist mein Buch. Ich kaufe mein Buch. Dass es überraschend kommt, habe ich erwartet. Und genau. Das unbedingt mit Ton zu hören, das machen wir jetzt aber nicht. Das ist einfach eine 5-Minuten-Klamauk. Dort sage ich, dass es ein sehr gutes Buch ist. Ja. Hm. Genau. Das ist auch meine Bücherfront und meine Plattensammlung. Hast du einen Plattenspieler im Atelier? Ich habe zwei Plattenspieler, die ich mal früher aufgelegt habe. Oh. Ja, aber mehr schlecht als recht. Und das ist etwas, was ich eigentlich jetzt nicht anzunehmen möchte. Es ist sehr komisch, wenn man sich selber anschaut auf dem Bildschirm. Aber es sieht gut aus. Genau. Was war die Frage? Mein Atelier. Und das scheint irgendwie cool, einfach so einen Raum zu haben und sich quasi dort auszutoben und einfach wie zu finden, hey, auf das bin ich stolz. Wie sieht denn ein Atelier-Tag aus? Weil, was Julia gesagt hat, anscheinend gehst du immer, du gehst jeden Tag dort hin. Ja, das ist natürlich mein Image von meinen Kollegen. Das kann ich sagen. Mein Arbeitsethos ist, dass ich am Morgen um 6 Uhr aufstehe und dann um 7 Uhr im Atelier bin und dann arbeite bis oben um 12 Uhr. Und dann können... Der Seinfeld behauptet das ja auch. Der Seinfeld behauptet das ja auch. Der Seinfeld behauptet ja und schreibt jeden Tag zwei Stunden. Das wäre der Plan eigentlich. Also so eine Routine aufrechtzuerhalten. Aber es ist sehr unterschiedlich, weil sobald ich halt irgendwie am oberen Auftritt habe und dann irgendwie am 1 im Bett bin, dann schaffe ich es nicht um 6 Uhr aufzustehen. Mhm. Aber sehr unterschiedlich. Aber das Ziel ist eigentlich schon am Morgen ins Atelier ein bisschen zu schreiben und nach dem Nachmittag noch ein bisschen Bürokram machen. Mhm. Und dann am Abend nach Hause und nicht mehr so zu arbeiten denken. Aber das schaffe ich eigentlich nicht. Also ich habe nicht einen typischen Atelier-Tag. Ja. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es ist einfach auch ein Sinnbild dafür, dass ich davon leben kann. Also ich wirklich auch sagen, hey, das ist mein Anspruch so viel zu verdienen, dass man das Atelier leisten kann und irgendwie nicht so irgendein Co-Working-Space mit sieben anderen, wo man auf eine Sache geht, sondern einfach, dass ich mit diesen Raum leisten kann und das halt schon sehr lange Zeit und dort einfach mein Chef bin und selber mir das einteilen kann. Das ist für mich irgendwie so ein Zeichen, hey... Würdest du zuerst nicht mehr essen, bevor das Atelier wird schon aufgegeben? Das wäre ein bisschen dumm. Aber eigentlich schon. Ja. Ich würde so zweieinhalb Tage nichts essen und dann würde ich merken, hm, das geht irgendwie nicht. Und dann würde ich vielleicht erst mal das Sofa verkaufen. Das Sofa verkaufen? Ah, natürlich. Würdest du zuerst die Wohnung... Die Wohnung würdest du wahrscheinlich zuerst aufgeben, oder? Ja, ich weiss nicht, ob meine Mitbewohner Freude hätten. Meine Mitbewohner... Hey, ich kann meinen Teil von der Miete nicht mehr zahlen. Ich muss das Atelier aufrechterhalten. Das ist so. Also meine Mitbewohner, sprich meine Frau. Sie hat, glaube ich, es freut, wenn wir die Wohnung behalten. Ja. Yes. Und weisst, eigentlich könnte man sagen, es ist das Büro, aber für mich ist es wirklich ein gewisser Stolz, dass ich sage, ich habe das Atelier und es ist jetzt einfach... Es ist ja geil. Dort kann ich arbeiten und walten. Das ist eben, was ich gehört habe. Da habe ich natürlich stark Neid, aber positive natürlich, verspürt. Weil ich hatte mal einen Büroraum und es hat es nicht so gebraucht. Hast du ihn allein gehabt? Ja. Aber es hat nicht den Groove gehabt von Kreativität, Atelier. Und danach erzählt mir der Doulin, der Meister von absurden Gadgets und was weiss ich, auch auf der Bühne ist. Er erzählt mir von seinem Atelier und wie das wirklich so, was er dort alles macht. Ich stelle mir das sehr weird vor, sein Atelier. Ja, aber es ist dann eben super strukturiert. Also tolle Volk, musst du mal hören. Okay. So, wenn es um Kreativität geht, habe ich es selten mehr daraus gezogen, als aus dem Gespräch mit ihm. Das kann man vorstellen. Und zwar hat er wirklich irgendwie... Er hat zum Beispiel einen klaren Ablauf. Er geht, glaube ich, nicht immer, jeden Tag oder so. Aber wenn er dort ist, dann ist es einfach Play, sozusagen. Einfach dreiviertelstunden, einfach was auch immer. Und er findet irgendwie immer irgendwelche Gegenstände, wo er dann irgendwie der Dane tut und so. Und dann macht er etwas mit denen oder er malt etwas. Oft so. Und dann ist es aber auch wieder, alles muss zurück an seinen Platz. Dann ist eine Viertelstunde, ist wieder ein bisschen Aufräumen angesagt, damit es schön sortiert ist. Und dann geht es wieder los. Also er macht es so, wie man es eigentlich machen müsste. Ja. Ja. Aber ich merke immer so... Theoretisch, ich weiss völlig, wie eine gute Arbeitssache aussieht. Ich weiss es aus. Ich habe auch die Bücher gelesen. Ich weiss aus. Du brauchst eine Routine. Ja. Du musst die wichtigen Sachen zuerst machen. Weil dann hast du den Energielevel. Ja. Und am Nachmittag kannst du die unwichtigen Sachen machen. Das weiss ich auch. Das habe ich auch schon probiert. Funktioniert auch alles. Aber ich habe dann sehr oft einfach, dass ich ins Atelier komme und finde, ah komm, dann mal Mails beantworten. Ja. Ein bisschen Kaffee trinken und das und so. Und dann bist du mitten im Tag und hast zehn YouTube-Videos geschaut. Und dann merke ich so, ah okay, jetzt mag ich nicht mehr. Aber ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden. Ja. Das ist halt auch der Nachteil, wenn du halt machen kannst, was du willst. Und wenn du willst, dann kannst du halt einfach auch mal einen halben Tag YouTube-Videos schauen. Zum Beispiel Feelgood-Podcasts. Ah, als Vorbereitung. Lustigerweise, das darf ich jetzt nicht sagen, weil das natürlich entlarvend ist. Aber für meine Late-Night-Show, was ja eigentlich eine Early-Late-Night-Show ist, wenn wir vor allem im 8. Jahr. Weil wir eben ein typisches SRS-Bull-Podcast haben. Wo bin ich ein bisschen jünger? Darum hat meine Primetime-Show geheißen. Ah. Ich habe gesagt, ich will kein Late-Titel, also im Untertitel, einfach zu sagen, was es ist. Early-Late-Night, okay. Aber am Titel selber habe ich gefunden, kein Late. Weil irgendwie hat ja alles schon gegeben. Und das ist auch ein gutes Recht. Aber ich habe wirklich gefunden, komm. Darum ist es auch ein sehr sperriger Titel, wie im Grunde eine Runde, was ich lustig finde, wo aber gewisse Leute offenbar finden, dass sie etwas zu verkopft oder etwas zu schräg sind. Aber ich finde es super. Was wollte ich sagen? Joel, hilf mir. Ah, genau. Und ich hatte ja ein paar Gäste, die du auch schon gehabt hast. Eben Steffi Buchli, James Gruntz war auch. Wer hatten wir noch? Pony M. Pony M natürlich. Mike. Oder Mike. Und dann konnte ich reinhören und fand, ah, okay. Kylian Ziegler. Kylian Ziegler. Schon zweimal dort gewesen. Mhm. Und dann höre ich die Folgen an von dir. Auch in viereinhalb Stunden. Und dann ist der Arbeitstag halt aber schon durch. Ja. Aber wichtig ist, merke ich so, wenn man zehn YouTube-Videos schaut, dass man, wenn man das macht, dass man es ja dann wie bewusst macht und auch geniesst. Weil es gibt ja nichts Schildes. Kannst du das? Ich kann es eben nicht. Ich denke dann so, ah fuck, jetzt habe ich es einfach nicht genossen. Ja, ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden, ja. Und darum bin ich eigentlich, dort habe ich dann so ein bisschen Routine, dass ich halt mittlerweile schon weiss, was ich will schauen und was nicht. Damit es eben nicht so ist, ah, einfach irgendwas. Sondern ich bin halt recht sportbegeistert. Zumindest von Zuschauenseiten. Und danach hatte ich halt das Jahr mittlerweile, ist sehr schön aufgeteilt mit, jetzt gerade zum Beispiel sind Basketball, Playoffs. Ah, wahr. Hat eigentlich Basel irgendein Sportklub, wo jetzt irgendwie gut ist? Jetzt gerade gut. Also, in Basel ist alles der FCB. Das habe ich auch schon gehört. Die DNA von der Stadt ist der Fußballklub. Fasnacht und FCB, oder? Das ist ein Grossteil, ja. Und dann ab und zu noch ein Soloprogramm von Mike Müller. Ich bin überhaupt kein Fussballfan, aber jetzt momentan, also als FCB ist nicht so gut dran. Also ich frage jetzt, er ist nicht so gut dran. Okay, warum? Warum, was ist denn? Was kenne ich mir das um? Viele Gründe. Okay, so fest interessiert es mich auch nicht. Eben. Siehst du? Und da habe ich jetzt gelernt, ich hätte jetzt ganz viel labern können, aber ich kann es jetzt schnell. Ah. Du kannst eine Sprachnachricht machen, zu löschen, und dann eine kurze Sprachnachricht schicken. Oder wir können jetzt auch aufnehmen, und dann machen wir in der Hälfte die neue Aufnahmen darüber. Wir brechen jetzt ab. Genau. Podcast und machen neue. Und dann fangen wir gerade an zu sagen, hey, ähm, die Produzent heisst ja... Christoph. Yes. Nicht, äh... Solty ist einfacher. Solty? Ja. Solty ist englisch und heisst salzig. So ist es. Oder? Salty. Voilà. Der Salty. Das ist noch besser. Das ist noch nie... Ist das noch nie so... Nein. Echt nicht? Nein. Ich könnte ja noch einen Snack auf den Markt bringen. Voll. Ja, mach doch gut. Du hast mir den Steff-Techniker, und ich hatte Salty. Ah, ich habe natürlich für dich noch das Oltelier. Das hätte ich natürlich gerne noch. Das Oltelier? Ja. Oh, fuck. Du bist gut. Ich habe das Atelier. Aber das Oltelier? Ja. Da muss ich ehrlich sagen... Also wenn der Steff-Techniker... Und dann habe ich noch... Steff-Techniker ist gut und recht, aber das Oltelier? Ja. Und dann habe ich noch... Weil du die Platte hast, natürlich das Plattelier. Das ist dann so ein Teil vom Atelier. Ja, okay. Okay, okay. Ey, das ist halt einfach... Du weisst, wie es ist. Was alles im Hirn passiert. Viel zu viel. Viel zu viel. Eben. Du bist natürlich noch als Mitterling ab der Gesundheitsmassage holen. Aber du bekommst alles. Ich bin fasziniert von diesem Gebäude. Also ich bin auch froh, wenn ich lebend wieder rauskomme. Ey, vielleicht sollte ich hier mir ein Atelier zutun. Weisst du wie? Ja, aber es ist so ein bisschen... Hm. Es ist... Ich habe das Gefühl, der Raum... Also nicht der Raum. Das ist mega ein tolles Raum. Also das meine ich jetzt ganz frei von Sarkasmus. Es ist sehr geil und sehr professionell eingerichtet. Aber so nebendran, so die nächsten Meter sind so ein bisschen lebensverneinend. Also ich habe das Gefühl, es ist so... Irgendwas zwischen Axtmörder und Drogenverkauf und Gesundheitsmassage. Mhm. Es sind schon 57 Menschen in diesen Räumlichkeiten gestorben. Ah, okay. Man weiss nicht... Man weiss nicht, ob Mithilfe oder... Oder wenn man das Auto sagt, eine normale Woche. Ja. Also eine Stunde sind sie nicht gestorben. Jetzt sind sie nicht mehr rausgekommen. Das sind nochmal andere. Nein, nein, nein. Ah, okay. Also Leute, die du kennst? Das sind dann 397 Verschwundene. Das ist moderat. Ja. Und jetzt aber ähm... Atelier, kein Thema mehr bei dir. Wenn es sich mal ergibt... Ich habe ja mal die Idee gehabt von so einem Comedian Atelier, wo... Weil wir ja schon die Summercamps gemacht haben. Das ist ja so ein bisschen Covid-Projekt gewesen. Wo ihr ja mal bei G&G gekommen seid. Richtig. Richtig. Weil wir gedacht haben... Ja, gut. Mit dem haben wir, glaube ich, eine Nacht gratis gekriegt. Irgendwie so. Ah, hoppla. Wir haben noch ein bisschen die Kosten gesenkt. Wir haben gesagt, wir machen Werbung für euer Ding. Clever. Und an dem Tag, wo G&G gekommen ist, ist der absolute Knatsch im Haus gewesen. Ah. Wir haben da gesehen. Und dann wirklich so. Der Klassiker. Fünf Minuten später. Du musst eine Kameratüre aufmachen und sagen, hey, schau mal da. Das ist schon so. Showbusiness. Ganz, ganz schlimm. Ich hätte es sehr schön gefunden. Wenn man das einfach, weißt du, wenn man das wirklich mal gesehen hätte. Hier, schau mal. Der Da-Wichser. Ja. Und da das Arschloch, das nie aufräumt. So halt. Namens. Da haben wir alles schon besprochen. Ah, okay. Alles schon durch. Man muss ja dann nicht die, wie nennt man es, die lauwarmen Sachen wieder aufwärmen. Das stimmt auch wieder. Ähm, nein. Sondern, habe ich dann mal überlegt, das wäre mein Traum gewesen. So ein effektives Comedian Atelier, wo verschiedene sich halt wie einen Teil mieten. Und es hat so wie so eine kleine Performance Area. Weißt du, wo man dann auch könnte nutzen für kleine Tryouts oder eben mal irgendeine, nicht gerade Open Mic, aber so. Vielleicht mal eine Gesundheitsmassage. Genau. Eine interne Gesundheitsmassage. Aber das Problem ist natürlich... Gesunde Massage, das finde ich einfach noch viel schöner als Gesundheitsmassage. Das darfst du wahrscheinlich auch nicht. Das darfst du einfach nicht. Gesunde Massage. Wahrscheinlich darfst du nicht sagen Gesundheitsmassage. Ah, das brauchst du Ausbildung. Ja, ja. Hm. Ja. Oh, wie war gesunde Comedy? Gesunde Comedy sind sehr, sehr fest so ein bisschen nach Freichille. Absolut. Absolut. Ich erzähle dir den Witz und deine Seele wird frei. Ah. Und abgott. Für das bin ich die Dummies ein bisschen. Die Dummies haben ja so, äh, die haben ja ein riesen Business mit etwa so Freikirchen und, und auch Colleges, wo du einfach mit clean Material kannst du dir richtig fette Jahreslöhne reinholen. Ah, sicher. Und du musst einfach so 200 Mal an einem College spielen. Aber... Es ist der Traum, oder? Es ist wirklich... Nein, es klingt so schrecklich. Hm. Okay. Ähm. Ja, das Atelier. Also ich würde vielleicht kontinuieren. Aber das Problem ist natürlich die geografische Lage. Orte? Ja. Also wir haben die Tee von Basel, Charlie von Zürich. Es wohnt ja niemand in Orte. Eben nicht, aber es ist in der Mitte. Aber dann... Das ist ja dann eben schon wieder... Du kannst es auch in Basel machen, aber da kommt einfach niemand... Richtig. Egal wo du das machst, kommt niemand ausser die Person, die dort wohnt. Hm. Weil wenn du jetzt dein Atelier schon nur in... Was ist... Was ist noch von Orte? Arburg, oder wie heisst das? Arburg, ja. Arpig. Ah so. Wie wärst du auf Arburg? Arpig? Also mit was? Zu Fuss? Was auch immer. Wie du halt gehst... Mit dem Bus, 10 Minuten. Ah shit, das ist zu noch. Okay, ein bisschen weiter. Etwas, wo du 25 Minuten hattest. Arpig. Arpig. Ja. Und Jan, vorbei. Nein, das ist eigentlich auch nur 10 Minuten von Bahnhof zu Bahnhof. Ah so. Sagt man Lensburg. Oder Frankfurt. Sagen wir mal. Einfach mal ein bisschen weiter. Genau, ja. Würdest du denn auch so oft ins Atelier gehen? Wenn ich von Orte nach Frankfurt müsste? Hm, lass mich überlegen lassen. Nein, wegen dem Joke, dass man überall eine halbe Stunde hat. Ach so. Guter Joke. Ich weiss... Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Eben. So. Und danach ist es natürlich so, dann weiss ich genau wie das Projekt wird enden. Nämlich die Person, die das anrisst, in dem Fall ich Idiot, ist nach einem halben Jahr... Halbidiot. Ja, nach einem halben Jahr ist er dann der ganze Idiot, der dir nicht nur halbe, sondern volle Miete zahlt von dem Ding. Oder es einfach wieder aufgeben. Weil nie wird jemand auftauchen, nie wird jemand zahlen und nie wird es genutzt. So. Ja, ich glaube, du müsstest wirklich auch drei Leute haben oder vier, die halt in der Stadt wohnen. Genau. Genau. Das heisst du und der Matteo. Genau. Hast du noch in Basel? Der David Bröckelmann ist noch in Basel. Ah, voilà. Und Bröckelfrau. Und Bröckelfrau. Und Bröckelfrau. Das ist eben das Problem. Das ist ein Turn-off, oder? Das ist ein mega Turn-off. Das geht auch nicht. Und ich glaube, das Alte ist... Ich glaube, in Zürich findest du keinen Raum zu dem Preis, den ich habe, mit diesen Bedingungen. Mit Heizung, mit eigenem WC. Ich habe meine Ruhe. Ich kann machen, was ich will. Was zahlst du? 12 Franken? 8. Boah. Ja. Wobei, gut, das können wir natürlich noch die Nebenkosten. Ja. Wobei, 12 ist recht nah. 12 ist recht nah. Ja, eben. Aber das kriegst du eh nicht. Ja, ist schwierig. Ja. Aber es ist auch absolut ein Glücksfaches. Du findest es nicht einmal zu alten als zweites. Ohne WC, ich habe einfach... Das Gebäude habe ich komplett neu renoviert. Und das ist eigentlich... Der Raum ist ursprünglich wahrscheinlich irgendein Velo oder irgendwas Abstellkamera gesehen. Wo ich fand, okay, wir renovieren den mit. Isolieren müssen. Heute habe ich schon wieder darüber gesprochen. Eigentlich das WC und so weiter und so fort. Und es ist ein super Raum. Es ist wie eigentlich ein Tollabier-Room. Und den musst du jetzt auch immer behalten. Den darf ich nicht aufgeben. Den darf ich nicht aufgeben. Den darf ich nicht aufgeben. Ich bekomme nichts Ähnliches rüber. Also von dem... Ja und vor allem... Wenn man einfach kommt und findet, hey, Eigenbedarf, habe ich das Problem. Eigenbedarf, gesunde Massage. Hm. Ich hatte gerade eine Geschäftsidee, die nicht meine Idee war. Dann wird es noch schlimmer. Stell dir vor, du behaltest es, aber du hast dann so drei Zeitblöcke am Tag, wo noch gesunde Massage stattfinden. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so mein, wie soll ich sagen, um vielleicht noch schnell den Kreis zu schliessen. Ich glaube, der Moment, wo ich mein Atelier aufgeben müsste, weil ich einfach zu wenig verdienen mit dem Auftritt, wäre einfach der Moment, wo ich sagen muss, hey, jetzt muss es einfach ein Hobby sein. Oder ich höre auf. Ist es stellvertretend für dich und deine Karriere? Es ist wirklich so. Also wirklich, dass ich mir ein Atelier leisten kann. Und glücklich weiss, kann man auch andere Sachen leisten. Ja. Aber ein Atelier zusammen mit meiner Wohnung und so weiter und so fort. Und Essen. Das ist für mich eigentlich, und Essen, ab und zu ein Head-Apfel. Mhm. An drei Tagen. Mhm. Das ist für mich wirklich ein Erfolg für sich. Also für mich ist eigentlich die Definition von Erfolg und Glück ist, dass ich das, was ich mache, davon leben kann. Ja. Ganz ohne Ironie. Ja, ja. Weißt du, viele sagen, ja, ich will erfolgreich sein, ich will berühmt werden, ich will 500 unter den Saal füllen, ich will bla 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 bla. Wollte ich natürlich alles auch. Mhm. Aber einfach kann ich sagen, hey, ich kann seit über 10 Jahren von meiner Kunst leben. Ja. Und ich kann seit jetzt auch fast, ja, 10 Jahren das Atelier, ist für mich eigentlich schon mal, alles andere ist super, aber das ist für mich eigentlich die Definition von Erfolg, dass ich das kann. Und einfach mal sagen, hey, mit dem bin ich echt zufrieden. Ja. Alles, was dazukommt, ist super, aber eigentlich das schon an sich ist eigentlich schon mal sweet. Siehst du, das ist geil, weil bei mir ist so stellvertretend für meine Karriere, wo ich angefangen habe mit Stand-Up, effektiv nach der Late Night Show. Du bist ein Late Night Joker? Ja. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Du, Markus. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft und gesagt, das ist jetzt mein Mikrofon, mit dem mache ich Stand-Up so, oder? Ist es übrigens? SM58, ganz normal. Ah, nein, der Charlie ist das, ich habe letztens Sprezi vom, ah, ich habe letztens Sprezi vom Charlie, wo er in, äh, beim, äh, beim Käfigturm auftreten ist. Ja. Und er hat das erzählt gehabt. Dass er ein Goldix hat. Stimmt. Ah, du bist nicht durch das gewesen, sorry. Nein, aber ich habe auch ein Goldix zuhause. Ist der Charlie der, den ihr aufgeräumt habt in eurer G&G Villa? In der G&G Villa? Ich weiss eben nicht, wann ihr aufgeräumt habt. Schaut, ich schaue es nachher. Ja. Es wird mal, es gibt eine Folge mit dem, äh, Charlie und dem Frank. Da sind ja zwei von dreien sind dort dabei. Ah, okay. Und dort erzählen wir die ganze Geschichte. Weil es bringt es nicht, wenn ich sie jetzt hier nochmal erzähle. Das stimmt. Lieber, lieber Cross-Referencen und weiss, andere Folgenartikel. Der, 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 der Markus Schrägstriff-Christoph wird es hier verlinken. Hier oben. Wo kommt es auch nichts? Hier. Du hast das Mikrofon gekauft. Richtig. Und das ist für mich stellvertretend. Das heisst, äh, ja, das habe ich immer noch. Ab und zu müssen wir mal eine neue Grill kaufen. Und ich glaube, wenn ich es würde stellvertretend machen wie du, solange ich mir das leisten kann, ist es kein Hobby, dann bin ich recht safe, ja. Ja, okay. Aber das Ding ist, das hast du jetzt einfach Sitt. Das ist wie etwas, das nicht jeden Monat musst. Genau. Ausser es ist eines für Adobe. Statt davon ein Mikrofon von Adobe. Jeden Monat musst du einfach 200 Franken zahlen. Ah. Du hast jetzt auch einen Mietvertrag. Ja. Du kannst es nicht mehr einfach besitzen. Ja. Und das Cenk habe ich zum Beispiel für seine Terniere bei mir, wo er nicht mehr Support gespielt hat, habe ich ihm auch eins geschenkt. Ah, okay. Okay. Und dann braucht es nie. Ich habe gefunden, okay, fuck. Ähm. Schenk es mir zurück. Das ist ich. Dann hat die zwei. Der Cenk kommt übrigens auch in die zweite Staffel. Boah, super. Ja. Vielen freuen wir auch sehr. Yes. So. Dann haben wir noch zwei Filgut. Wie viele sind wir? Eine Stunde zehn. Sehr gut. Machen wir das bisschen ab. Jetzt nehme ich einfach ein Wunder. Ah, die schneiden damals. Wahrscheinlich so. Nein. Es ist für dich, also ich weiss nicht wie fest die Mutzis hinter die Kulissen blicken, aber wir sehen hier einfach aus Gast, haben wir hier einen riesen, es ist etwa ein 58.000-Zahl-Bildschirm, wo man so viele kleine Bildschirme sieht. Also ich sehe mich selber. Ich sehe den Joel. Ich sehe den Joel und mehr. Ich sehe den Ton. Ich sehe hier Isorack-Aufnahmen. Und ich sehe noch das, was Christoph sieht. Es interessiert niemanden. Christoph ist auf der Webseite gesunde-massagen.ch-serieus.html. Sehr cool. Und es hat noch Color Bars, einfach so zu sichern. Color Bars. Ah, das ist für das Grading. Aber es funktioniert nicht. Es interessiert niemanden. Ich habe noch zwei Items. Yes. Also. Ich habe meine iTunes-Bibliothek. Weil, wer hört noch iTunes? Wer braucht noch iTunes? Die wenigsten. Weil ein wäre ja Spotify. Oder eben halt irgendwie Platten zu hören. Aber ich habe letztes Jahr, und das ist so profan und so trivial, aber ich habe irgendwie gleich gefunden, das muss ich mitnehmen. Ein mega banaler, aber schöner Moment gehabt. Und zwar habe ich mal mit einem Samstag nicht gehabt. Du kennst. Freitag Samstag ist mir immer irgendwie geplant. Entweder auf der Bühne. Oder man hat abgemacht. Oder man hat irgendetwas los. Und ich hatte einen freien Samstag Abend. Und ich fand, hey, ich geniesse es jetzt einfach. Und meine Liebste ist schon geschlafen. Und ich fand, hey, jetzt gönne ich mir einfach den Moment. Und habe eine Flasche Rotweig genommen. Ich bin auf den Balkon raus. Ich habe eine Flasche Rotweig geköpft. Und ich fand, hey, ich lasse jetzt einfach meine Lieblingssongs. Und schaue in Sternen hinten hoch. Es war eine Sommernacht, schön warm. Und habe einfach... Du weißt ja, wie es ist. Wenn man eine Flasche Rotweig aufmacht. Ich mache immer den. Ich mache ihn auf. Gönne mir ein Glas. Und dann gehe ich abpumpen. Und stehe in die Küche und finde, gut. Ein Glas. Schön ist. Abpumpen. Ich bin abpumpiert. Noch nicht lange. Aber du kannst effektiv Wein einfach länger geniessbar. Du kannst noch wirklich zwei, drei Tage durchaus noch Sissi geniessen. Und der Vorteil ist, er hat einfach am nächsten Tag Mittel gewesen. Und mache ihn dann aber gleich wieder auf und schenke. Am Schluss trinke ich die ganze Flasche selber. Und es war einfach in so einer schönen Abend. Weil ich einfach fand, komm, jetzt lasse ich nicht Spotify. Auf Spotify bin ich so der typische ADHSler. Lasse ich etwas rein bei den Lieblingssongs. Ah komm, weiter, weiter, weiter. Und ich habe dann irgendwie, ich weiss auch nicht warum, einfach meine iTunes-Bibliothek mal wieder aufgemacht. Und jetzt lasse ich einfach meine Lieblingssongs. Und einfach mache an nächster Titel. Und habe mir einfach so eine Ad-Hoc-Lieblings-Playlist gemacht. Bist du dein eigener DJ gewesen? Mein eigener DJ. Und das habe ich schon lange noch gemacht. Ja. Und der Witz ist eben, auf Spotify lasse ich eigentlich selten meine Alben, die ich mega gerne habe. Ja. Meine Lieblingssongs auf Spotify sind wirklich Sachen, die ich entdecke. Ja. Und ich habe irgendwie 900, oder weiss ich nicht wie viele, es sind sicher 900 Songs, die ich einfach auf Gefällt mir drücke. Aber es sind nicht Songs, die per se jetzt irgendwie meine absolute Lieblingssongs sind, weil die habe ich halt auf Platten. Wenn ich etwas cool finde, kaufe ich es auf Platten. Mhm. Oder habe ich es irgendwie auf iTunes, weil ich es mal abgeladen habe, weiss ich nicht was. Ja, Streamer sind ja so ein bisschen auf das neue Radio. Ganz genau. Und ich finde, es hat eine grosse Qualität, dass du es streamen kannst und Spotify, abgesehen von der Wertschöpfungskette, die völlig am Arsch ist und KünstlerInnen einfach einen Scheiss verdienen. Ja. Für das hasse ich Spotify. Aber für Sachen zu entdecken ist Spotify einfach genial, oder? Also muss man einfach sagen, es ist halt ein krasser, riesen Schatz. Aber ich habe das Gefühl, der einzelne Song hat irgendwie, oder als Album hat einfach nicht mehr so den Wert, wie halt einfach, wenn du etwas kaufst und quasi in die Hand nimmst, du auch aufleihst und einen Song anspulst. Mhm. Das ist eben so in einem Atelier sehr oft machen, einfach eine Platte für einen nehmen und dann lasse ich es ja bewusst. Oder suche einen Song aus und lasse dann den bewusst und es hat irgendwie so einen gewissen elektrischen Moment. Und dann habe ich gefunden, hey, ich schaue jetzt einfach mal meine Bibliothek durch und oft, wenn du eine Platte kaufst, hast du einen Downloadcode, was kannst du abgeladen. Das heißt, du hast schon noch irgendwie einen anderen Bezug dazu. Und es hat dann einfach irgendwie gefunden, komm, jetzt lasse ich irgendwie eine Stunde lang einfach meine Lieblingssongs. Und in dieser Stunde sind es nachher effektiv, glaube ich, es war vier Stunden. Ja. Ich habe die Flasche Rotweig gekillt und die Sternenhimmel hochgeschaut. Und es klingt so mega, mega kitschig, aber es ist ein ultra schöner Moment gewesen, weil es einfach, weil ich gemerkt habe, hey, ich hätte jetzt irgendwo können, ich weiß auch nicht was, auf mein Bildschirm schauen oder irgendwie einen riesen Traubel mit tausend Leuten. Und manchmal ist es halt mega banal. Irgendwie sitzt auf den Balkon, dann hast du ein Glas Wein, lassest gute Musik und ich habe irgendwas umstudiert, irgendwelche banalen Sachen. Mhm. Aber so richtig, das war für mich ein vieler Moment gewesen. Und ich habe gefunden, hey, ich habe das einmal im Jahr gemacht. Ich habe gefunden, ich muss unbedingt wieder machen, habe natürlich nie irgendwie wieder die Musik gefunden. Aber ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, das mache ich wieder mal. Und ich freue mich richtig drauf. Das ist lustig. Mega, mega simpel. Jetzt habe ich voll getextet. Ja. Aber ich habe so gefunden, hey, weißt du, weißt du, alle Floskläser so, ja, weißt du, es braucht so wenig. Es braucht so wenig, um glücklich zu sein. Die zu alten, sie haben so wenig. Aber trotzdem sind sie so glücklich. Aber es hat ja etwas, weißt du, irgendwie, ich konnte, weißt du, auf dem Balkon sitzen und dann irgendwie doomscrollen. Und es hat nichts davon gehabt. Ja. Und eigentlich einfach eine gute Musik hören, das Glas Rotwein, das am Schluss einfach eine Flasche Rotwein war. Am nächsten Tag ist es mir sehr schlecht gegangen. Aber ich habe es gewusst, ich habe gefunden, fuck it, ich embrace jetzt einfach diesen Moment, um so ein Wort zu brauchen, das ich nie brauche. Embrace den Moment. Mhm. Feel good. Kannst du schnell auf mich schneiden? Ich möchte, dass ich Kamera 1 sagen. Bin ich Kamera 1? Ja. Embrace den Moment. Feel good. Schnitt. Auf totale. Alright. Und äh, genau. Aber es ist lustig, weil ich gerade, letzte Woche, haben wir keinen Gast gehabt, habe ich eine kurze Solo-Folge aufgenommen. Dreieinhalb Stunden? Äh, 20 Minuten. Oh. Aber aufgenommen habe ich dreieinhalb Stunden. Ah, wirklich? Und dann habe ich nach 20 Minuten runtergeschnitten. Nein, äh, und dort habe ich, wenn ich jetzt eine Solo-Folge mache, sage ich also ein bisschen meine Feelgood-Sachen. Oder? Und dann habe ich gefunden, das hat noch nie jemand vorher gebracht, als Gast. Musik. Ganz allgemein, aber... Es hat noch nie jemand Musik gebracht? Nein. Und darum bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt sehr freudig gesehen, ab deinem iTunes. Und genau dort, habe ich gesagt, wie ich jetzt, äh, durch Platten, Musik wieder anders konsumiere. Oder? Das ist hundertprozentig so. Dass halt einfach, ich jetzt, äh, eine neue Lieblingsplatte habe, die sich einfach so schleichend zu dem entwickelt hat. Einfach, ich hatte ja damals... Also, siehst du, welche das ist? Ja, ich habe es gesagt, äh, äh, die Band heisst Local Natives. Das kommt mir bekannt vor. Ich kenne es nicht, aber das, äh... Und das Album heisst Violet Street. Und erst... Ich habe, ich habe die Band schon gemogen und habe irgendwie so einzelne Songs gelöst. Klassisch eben so, ich habe Apple Music. Ja. Weil ich habe iTunes können... Kostet natürlich auch nochmal, irgendwie 35 Franken, aber du machst dann iTunes Match heisst es. Das heisst, deine Datenbank wird gekoppelt mit Apple Music. So. Also, und schau, es ist so ein bisschen... Ich habe es dort auch gesagt, es sind so... Warte, sag nichts, sag nichts, was der Stil ist. Ich sage, ähm, Indie und so ein bisschen folkig. Ja, nicht so folkig, aber Indie. Indie Pop Rock irgendwie so. Okay. Und irgendwie... Habe ich halt einfach mal damals die Platte bestellt. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte eine Platte mitgebracht. Wirklich? Ja, ich habe mir überlegt, ich habe... Ich habe das schon recherchiert. Und Sven hat irgendwas mitgebracht, der Reto hat sich auch reingeschleimt mit dem Aufsteuerli. Und ich habe dann gedacht, ja komm, jetzt bringe ich etwas mit. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte eine Platte mitgebracht. Hey. Das hole ich nachher. Ja. Sehr gut. Ja, aber es ist wirklich so. Und die habe ich halt immer wieder mal so laufen lassen. Und dann auf einmal fachst du an, wie Zusammenhang zu checken von den verschiedenen Songs. Es macht auf einmal Sinn, dass zuerst das Lied läuft und nachher das. Und irgendwie... Sie haben so... so gemeinsame Melodien, die so in diesem Song vorkommt, aber es kommt dann irgendwie auch in diesem Song vor. Und jetzt ist es... Achtung, ich weiss es sogar noch. 40 Minuten 47 Sekunden. Und auch sogar der Wechsel von der A-Seite auf die B-Seite ist der perfekte Moment. Nice. Also es macht wie Sinn, dass du denen die Platte umdrehst. Und jetzt momentan ist das meine Lieblingsplatte. Und ich bin noch nicht mal am Peak. Also jetzt mal, wenn ich sie losdenke, ich sage, ah, es wird noch ein bisschen geiler. Sehr geil. Und das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt, weil mit einem einzelnen Song, wo der halt irgendwie im Shuffle immer wieder mal, ah, der los jetzt gerade geil, okay, ich los ihn vielleicht noch mal. Schwierig. Ja, voll. Also ich habe mal ein spannendes Buch gelesen. Ich weiss nicht mehr, wie es heisst, was jetzt ein bisschen dumm ist, wenn wir das Buch empfehlen. Gute Werbung. Heisst es echt... Heisst es echt der Hit-Machine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Prämisse ist eigentlich, dass die Musik verändert sich eigentlich immer aus der Reaktion auf das Medium. Ja. Das ist quasi eben der klassische 3,5 Minuten Popsong. Mhm. Ist 3,5 Minuten lang, weil es halt 7-Inch-Single Ja. 3,5 Minuten Platz hatte auf 45 und 3,5 Minuten. Ja. Und das jetzt wird eben mit Spotify, dass einfach die Musik sich auch verändert, dass einerseits, du kannst nicht lange noch irgendwie Intro und bla bla bla. Ja. Gerade in Medias Res, Refrain reinballern und äh, nicht irgendwie noch lange umgeplänkeln, weil du halt die Aufmessung keine Spanne oder beziehungsweise, äh, die Gedäute, die du hast, ist keine Ahnung, 10 Sekunden, 8 Sekunden, 5 Sekunden, irgend sowas. Und das ist halt mega spannend, dass halt einfach auch das Album der das halt ausstirbt, weil du halt einfach nicht mehr ein Album hörst. Und das ist halt das Coole, weil du halt irgendwie, gerade wenn du so ein Konzeptalbum hast, das Vinyl halt einfach nach und vor einfach geil ist so für das so. Mega. Und ich glaube, was ich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, meine Ausrede, oder nicht meine Ausrede, aber meine Erklärung ist so, wenn jemand sagt, ah, ich hörs Vinyl, dann ist automatisch so, ah, der Hipster entweder, oder halt so der, der middle aged white guy, wo ich zwar jetzt auch bin, wo quasi irgendwie, ähm, Platten sammeln und so, bin ich, alles klar, aber ich habe natürlich irgendwie mit 16 angefangen, weil ich halt irgendwie mega Hip-Hop-Fan, mega Rap-Fan gewesen bin, eigentlich möge ich noch auflegen und rappen und sowas und Sachen. ein dunkles Kapitel, wo wir aber auch nicht mehr darüber reden, wo ich, wo nicht, wie soll ich sagen, wo ich lustig finde und, äh, gerne darauf zurück schaue, aber eigentlich rückblickend so ein bisschen, hm, halt irgendein Dude aus, äh, Trimbach bei Alten, der findet, hey, ähm, ich rapp jetzt auch noch, wie einfach alle anderen in der Zeit. Ähm, aber ich hatte irgendwie, Vinyl einfach das immer fast nie gefunden, mit Scratchen und Aufleggen und Sachen und so. Und das irgendwie, ähm, habe ich halt immer sehr, sehr gerne gehabt, und nicht irgendwie jetzt einer, weil ich quasi finde, ach, ich kaufe jetzt Vinyl, wo es irgendwie mega hip ist, und ich höre es gar nicht, ich stelle es einfach auf so. Ja. Da kann man darüber diskutieren. Aber ich finde es halt schon irgendwie ein mega schönes Format irgendwie, und eben, du bist, du hörst viel bewusster, du irgendwie, du, du gibst halt gleich 5,50 Franken aus, für etwas. Du überleicht es halt zweimal, und, äh, klar, irgendwie, es ist, äh, ja, ich weiss auch nicht, wenn ich halt irgendwie daheim meine Platten durch schaue, beziehungsweise im Atelier, du entdeckst auch wieder Sachen, und denkst, ah, die habe ich lange nicht gehört, und irgendwie, ah, die habe ich damals gekauft gehabt, und ich finde irgendwie, es erzählt auch irgendwie eine Geschichte, wie das Bücherregal irgendwie, du kannst irgendwie durchschauen, und denkst, ah, okay, das Buch habe ich dann und dann gekauft, oder das habe ich dann und dann gelesen. Ja. Und in so Züge bin ich halt extrem, extrem einen Romantiker, und extrem einen, der extrem von Sachen interpretiert. Also für mich ist es so, ich sage immer, meine Bücher und meine Plattenwand, die so ein bisschen im Ecken, in meinem Atelier, sich kreuzen, das sind wie so ein bisschen meine Memoiren irgendwie. Ein bisschen pathetisch, aber es ist so. Also für mich ist das wirklich so, meine Geschichte, wo eigentlich, wo niemand anders checkt, nur ich kann zu der, zu der Platte, dort eine Connection machen, und so weiter und so fort. Mhm. Und, nachher höre ich auf, labern, beziehungsweise, natürlich nicht. Äh, mein Lieblingsfilm ist High Fidelity, ich weiss nicht, ob du das kennst, mit dem John Cusack. Doch, natürlich. Ein grossartiger Film. Ist, äh, sehr, sehr toll, also gut, ähm, natürlich auch, äh, wie das so ein bisschen der, Nick, Nick, Nick Ornby-Verfilmung. Ja. Und, und das Buch ist ja schon, sehr, sehr cool, wahrscheinlich sein beste Buch, aber der Film ist für mich gerade noch irgendwie so ein anderes Level. Und dort, also gut, im Buch kommt es auch vor, gibt es eine Szene, wo er irgendwie, er wird halt irgendwie verlassen, von seiner, von seiner Freundin, und ist, äh, Midlife Crisis so und so, und er sortiert seine Plattensammlung neu. Mhm. Und er schafft immer Platteladen. Aber er sortiert seine Platteladen neu, privat, und dann kommt auch der andere, der mit ihm arbeitet und sagt, ah, du tust deine Plattensammlung neu sortieren. Aber wie machst du das? Machst du es aber nicht etwa alphabetisch. Mhm. Er sagt, nein, 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 du machst es nicht etwa irgendwie nach, äh, nach Jahreszahl. Nein, nein. Er tut es auch biografisch. Mhm. Und das finde ich so einen geilen Gedanken, weil du wirklich sagst, die Platte für zur nächsten, und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich einen schönen Gedanken, weil einfach, das hat irgendwie eine Geschichte erzählt. Aber das, das habe ich zum Beispiel auch gehabt, äh, wo ich noch DVDs gehabt habe. Mhm. Äh, weil ich in einem DVD-Laden geschafft habe, also in einer Videothek. Ja. Also in einem, in einem erwachsenen DVD-Laden. Hat es auch eine Ecke gehabt, ja. Gesunde, gesunde DVDs. Gesunde DVDs. Und gesunde. Und, ähm, durch das habe ich sehr viele DVDs gehabt. Ja. Und ich hatte ja auch nicht nach, äh, irgendwie alphabetisch oder Genre, oder was weiss ich, sondern eben auch so nach Bezug. Autobiografisch hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber irgendwie so, es hat für mich als einzigen Sinn gemacht, wie die sortiert sind. Und, und, mega geil. Bei den Platten sind wir jetzt auch so ein bisschen in dem Ding. Es ist vielleicht noch eher, noch ein bisschen nach Genre. So. Aber, ähm, ich habe zum Beispiel, gerade bei mir um eine Ecke, habe ich einen von den geilsten Plattenladen weltweit. Plattform? In Basel. In Plattform. Ah. Ah, heisst der Plattform. Plattform heisst er, ja. Hast du mir das erzählt gehabt, dass der, ich habe, ähm, ich wäre fast mal gegangen, aber den habe ich mir sagen lassen lassen, er ist sehr auf Elektronik und so spezialisiert gewesen. Mhm. Und jetzt aber, hat er sich ein bisschen öffnen, so aus wirtschaftlichen Gründen. Irgendwann haben wir das erzählt gehabt. Nicht? Kann sein? Ich glaube sogar. Der Deville. Der James Grunz. Ah, okay. Kann das sein. Weil er jetzt in Basel gewohnt hat. Irgendwann haben wir das erzählt gehabt, ich weiss es nicht. Ah, grossartig. Und ich bin eben, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich so ein sehr eklektischer, ein sehr schönes Ohr zum Blöffen, Musikhörender, aber ich bin eben so, elektronische Musik, können wir einfach zu wenig aus. Und dadurch wird das immer ein bisschen abgeschreckt, obwohl es natürlich grossartige elektronische Musik gibt. Aber in dem Fall muss ich mal gehen. Wer hat mir das erzählt gehabt? Ich weiss es nicht. Und auf jeden Fall, würdest du dir das sehr empfehlen? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr geiler Platteladen. Und bist du denn elektronisch unterwegs? Äh, nicht so fest. Nicht so fest. Ein Bitz, aber... Also wenn dann irgendein cooles... Ein Bitz oder ein Bitz? Hey. Aber wenn dann irgendein cooles Festival ist, dann kenne ich die Namen auch nicht wirklich. Also ich bin zu wenig bewandt in dem. Aber es hat natürlich tolle Hörstation und so. Und obwohl ich so nahe wohne, bin ich jetzt ganz ehrlich, bin ich seit Jahren nicht mehr in diesem Laden gesehen, weil ich oft weiss, für mich ist es so vom Gefühl her, wenn ich dort reinge, dann gehe ich drei Tage später wieder dort raus. Weisst du, was ich meine? Was natürlich schrecklich ist, wenn man an einem coolen Ort lange bleibt, das kann es natürlich nicht bringen. Aber irgendwie so... Ich muss... Wieso ist das schrecklich? Was? Also wieso... Wieso ist... Du gehst drei Tage später raus? Was ist denn schlecht daran? Das ist nicht schlecht, sondern ich muss mir wieder die Zeit mal geben. Aha! Und du fährst jetzt die Zeit oder du nimmst das zu wenig oder wie? Momentan, ja. Ich weiss... Also weisst du, ich denke immer so, jetzt könnte ich gehen, aber ich denke so, nein, aber ich will nicht gestresst werden. Ich will nicht nur eine Stunde Zeit haben. Sondern ich will wirklich einfach sagen, heute ist mein Tag, wo ich in den Laden gehe. So. Ja fair! Es hat eben das alte Plattenlade gehabt, was es jetzt leider nicht mehr gibt, den Pro Records. Und, als ich eben, als ich 16, 17, 18 war, ich bin einfach am Samstag Nachmittag einfach dort hin. Ja. Ich wollte gar nicht kaufen, ich bin dort hin und habe irgendwie so die Dinge angeholt und so. Es war wirklich so ein Treffpunkt. Ja. Und es ist halt irgendwie online schwieriger. Das ist so. Und darum irgendwie... Platteläden haben schon natürlich für sie Magie. Ja. Mein Lieblingsplatteladen, um noch schnell Erbungen zu machen, ist ja zu Baden. Der Zero Zero. Eigentlich, alle sagen Zero Zero. Also Zero Zero. Und das ist schon sehr krass. Es gibt auch zu Zürich einen, im Nachhinein vom Helvetia-Platz. Da gibt es auch den Jammer Music, mein zweites Lieblingsplattenladen. Das würde ich jetzt empfehlen. Aber der Zero Zero ist jetzt zu Baden und der ist in so einem Dachstock im Merkenareal. Das war ursprünglich sein Lager. Er hatte noch einen anderen Laden, aber in der Mitte ist er dort. Und er hat sehr viele Platten. Er hat unübertrieben, also ich bin schlecht im Schätzen, aber er hat mindestens 100'000 Platten. Und er hat alles. Also er hat von Indie und Pop und Rock und Hip-Hop sowieso. Yes, das ist er. Wow. Und das ist wirklich der grosse Pedro, der dort der Dutchmeister ist und der Gründer ist seit Jahren. Und er hat alles. Er hat wirklich von poppigen Sachen, rockigen Sachen, 80 bis 70 gehört. In Baden, und dann gibt es aber auch noch einen in Zürich. Es gibt auch einen in Zürich, der heisst auch Zero Zero. Und der ist aber auch sehr cool. Der ist in der Nähe vom Helvetiaplatz. Der ist eigentlich hinter dem, wie heisst es, hinter dem Volkshaus. Beckerstrasse. Ganz genau. Ah, dort wo wir auch mal den Pod eigentlich. Ja, genau. Mega in der Nähe. Yeah. Also den kann ich auch empfehlen. Oder eben auch der Jammer Music. Der ist oberhalb von Jamalico. Jetzt heisst er glaube es nicht Jamalico. Okay. Yes. Es gibt viele coole Plattenläden, aber mein Lieblings ist der Zero Zero. Zero Zero. Ja, zu Baden. Ich finde auch sehr viele Perlen. Ich finde auch guten Namen. Logischerweise. Voilà. Und es gibt zum Beispiel auch den Zickzack in Thun. Und was bei dem sehr sehr cool ist, wenn jeder, ich sage jetzt mal normal Plattenladen, hat auch die neuen Platten quasi im Fächli neu. Und alle anderen von A bis Z sortiert und nach Schoren. Und was das irgendwie macht, ich checke es nicht ganz, wenn eine neue Platte reinkommt, kommt die einfach zuvorderste hin. Das ist keine Ordnung. Das heisst, wenn du etwas bestimmt suchst, musst du halt fragen. Ja. Ah, weiss wo. Ja, natürlich. Aber wenn du durchdickst, dann kommt irgendwie, weisst du auch nicht, die neue Kendrick und dann kommt irgendwie ein Reissue von irgendwelchem 80er und irgendwas Pop. Und dann kommt das nächste irgendwie, weisst du auch nicht, Wu-Tang und dann kommt dann irgendwie wieder irgendwas. Und so entdeckst du aber auch Sachen, wenn du nicht weisst, wenn es keine Ordnung hat, dann läufst du quasi etwas hin. Und das finde ich immer noch das geilste Konzept. Also ich habe ja ganz viele Platten aus Brockenhäusern. Super. Weil, was du dort natürlich hast, alles, was in irgendeiner Art und Weise mal aus der Schweiz ist, finde ich dort. Ich habe jetzt mittlerweile jedes Kabarett-Album aus den 70er und 80er. Ich habe, glaube ich, jede Clibi und Caroline, Emil, Peach und so weiter und so fort. Alles, was halt mal auf der Platte gepresst worden ist und irgendjemand dann sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Gusti Brösmeli. Die grossen Classics. Aber wirklich. Ich habe einen Rotstift. Alles auf der Platte. Super. Einfach von Brockenstuben und Brockenhäusern. Von, ja, Stutz zwei, manchmal fünf. Ja, du findest, also, du findest grosse Perlen. Wenn du so ein Hip-Hop-Kopf bist, was ich nicht gewusst habe, dann würde dir gefallen, wie es bei meinem Kollegen Johnny Holiday Brandhärt daheim aussieht. Weil der hat eine Wand, ja, sagen wir, so eineinhalb vielleicht zu screenen, Regal, voll mit Platten und ich würde jetzt mal sagen, 99,9 Prozent in dem Genre. Ja, ja, eben. Natürlich eben. Wenn du DJ gewesen bist, oder bist, hast du ja früher alles auf Vinyl gebraucht, so. Abartig. Voll. Abartig. Das ist eben lustig, weil, in der Zeit, wo ich noch aufgelegt habe, ist halt, wieso, du hast halt deine Shore gehabt, oder? Und dann, wenn du Hip-Hop-DJ gewesen bist, hast du einfach Hip-Hop-Platten gehabt, und vielleicht noch irgendwie das Fächli Reggae und noch das Fächli irgendwas. Ja. Und heute kannst du irgendwie alles immer auflegen. Ja. Und früher irgendwie, es hat so ein DJ gegeben, ein lieber Grusse, DJ Fatoni, Party-Rocker-Bassman aus Aro, das ist der einzige DJ, so in der Gegend, Argo Solato, wo er immer im Kief aufgelegt, und seine Party hat Boom geheissen. Und, der ist einfach unübertrieben, der ist mit 15 Kisten Vinyl gekommen. und der ist einfach der Einzige, der alle Shores aufgelegt hat. Wow. Und der hat einfach dann aufgelegt von 8 bis 4, weißt du so. Ach du Scheisse. Also wirklich Open Format. Open Format. Open Format ist ein Ding, das du nur auflegen kannst, wenn du entweder halt einfach mit CDs aufgelegt hast, oder mit Laptop. Ja. Auf Vinyl ist das scheisse teuer, und du musst halt alles haben. Ja. Und der hat eigentlich so, und dann war es so, hey, der legt irgendwie alles auf, das ist irgendwie mega weird, weil sonst haben wir gesagt, das ist irgendwie ein Mash-Up-DJ, das ist ein Hip-Hop-DJ. Ja, ja, ja. Und heute ist das gar ungegeben, dass jemand Open Format auflegt, so. Aber das hat es früher irgendwie gar nicht gegeben, weil du einfach das Ding halt auf Vinyl gebraucht hast, so. Und dann hast du auch gehen und sagen, hey, hast du das? Und dann so. Ja. Und dann hast du das auch suchen. Das ist irgendwie schon nicht geil. Das ist ja der Scheiss. Das ist ja der Scheiss. Heute kann man ja eigentlich theoretisch immer alles wünschen. Weil früher ist der grosse Vorteil vom DJ gewesen, habe ich nicht. Hau ab. Das ist auch ein Grund, warum ich aufgehört habe, auflegen. Also wir haben halt irgendwie so Funk aufgelegt und auch so ein Hip-Hop und irgendwie so ein Mash-Up-Sachen und so. Und ich habe dann immer, während dem Studium, ich habe eigentlich eine Zeit lang mein Studium mit dem finanziert, bevor ich halt aufgetreten bin. Ja. Und ja, weisst du, wir haben dann vielleicht so 300 Franken bekommen, für irgendwie so 3-4 Stunden auflegen. Also nicht mega viel. Das ist mega viel. Ja, ich weiss auch nicht. Also rückblickend. Für mich war es. Ja, natürlich. Also beim Studium eh. Also ich bin mega happy gewesen. Also heute, wenn ich nicht mehr am Morgen um 4 oder am Morgen um 5 ins Bett wollte, um dann irgendwie... Aber wenn ich bei dir für die Hälfte der Hälfte der Gagen auftritt, für 200 St. Ich möchte nur sagen, im Grunde eine Runde zahlt also besser als 300-400 St. Aber nein, ist ja klar. Also auf jeden Fall, was ich aber sagen wollte, ist, ich habe irgendwie 300 St. verdient oder so. Vielleicht auch weniger. Ich auch nicht. Und ich habe das Geld zu 90% reinvestierte Platten. Ja. Und den Rest halt im Studium. Ja. Ähm. Und dann bin ich irgendwie halt irgendwie noch mit Tag gegangen gegangen. Irgendwie Crazy Beats in Zürich. Was es jetzt auch nicht mehr geht. Supergeil Plattenladen. Und bin richtig stolz. Ah. Das ist irgendein Remix vom Remix von Züchs und Sachen, was man so könnte. Ja. Richtig stolz. Und ich weiss aber noch ein spezifisches Beispiel. Und da sind wir irgendein Flims gefahren. Ich habe mit einem Kollegen zusammen aufgelegt mit dem Nick. Smooth Groove DJ Crew, haben wir geheißen. Ja. Ja. Darüber über den Titel. Ich bin irgendwie gegangen gegangen und dann sind wir irgendwie auf Flims gefahren, auflegen. Mega freut an einer neuen Platte. Und dann fünf Minuten später kommt irgendwie so irgendein Bubli, der findet, du hast Blackout Peace, time of my life. Und dann finde ich, ah, fick dich doch irgendwie. Weiss so. Und dann dachte ich, hey. Ich habe das halt immer als ein bisschen als Kunstform gesehen. Ja. Und irgendwie so. Mich hat er bestätigt. Die einen sagen, DJ, Dienstleister. Ja. Du kommst dahin und du musst einfach die Leute unterhalten. Und wenn jemand Blackout Peace will, dann musst du Blackout Peace spielen. Fair enough. Aber ich habe gefunden, hey. Ich lege jetzt etwas auf. Und im besten Fall entdeckst du etwas. Ja. Und ich habe mit den Paaren zum geilsten gefunden, die gekommen sind und nicht gewusst haben, was kommt. Ja. Und sind einfach durchtanzt, obwohl sie die Songs nicht konnten. Das ist ja der Idealfall. Ja. Aber das ist halt immer wie seltener geworden. Erst recht mit Serato, also mit diesen Auflecken. Ja, ja. Weil halt einfach alle immer alles auflegen können. Und dann sind halt einfach Leute, die... Jetzt mache ich halt wie einen alten Sack. Aber ich finde auch, wieso du hast wie gemerkt, so... Dann kommt halt einfach jemand, der findet, ah ok, ich bin jetzt DJ und ich hole mir für die 500 Franken die Software und lade mir für 12 Franken 50 7 Millionen Songs runter. Ja. Auf Torrent oder weiss ich nicht was und lege jetzt auch irgendwie auf. Was ja cool ist, dass ich dich auflegen kann. Aber wenn du halt wirklich überlegst, ich muss jetzt irgendwie 10 Franken ausgeben oder ja, was heisst das, 20 Franken für ein Vanille. Mhm. Du überlegst jetzt zweimal irgendwie eine Watch DJs ein. Das ist einfach ein sehr teures Hobby. Das ist es, ja. Und darum irgendwie so... Ich finde es geil, wenn ich dich auflegen kann, aber du merkst halt auch, dass es halt sehr, sehr viele Leute gegeben hat, die dann gemerkt haben, ja, es überflutet den Markt und du gehörst halt irgendwie die 7000. Open Formal Party, die ich fand, ah ok. So jemand and the Blackout Peace spielen. Also mir ist es ein bisschen verleitet. Gut, kommen wir mal zu Feelgood 5. Jetzt habe ich sehr lange ausgeholt. Feelgood 5. Ja. Ist eigentlich also mit Abstand grösste Feelgood-Moment. Ja. Ich habe mir mega lange überlegt, ob ich das mal mitbringen. Weil es ist der offensichtlichste und es ist der grösste und es ist eigentlich auch einfach wie undiskutierbar. Der Feelgood-Moment. Aber ich rede eigentlich nicht mega gerne so private Sachen. Mhm. Weil ich immer so mega gerne so die, die, äh, die Trennung mache. Also z.B. auf Insta, ich tue nichts privat zu teilen. Ja. Weil ich finde, hey, das ist einfach ein Arbeitsinstrument. Und ich tue eigentlich so sehr, sehr viele private Sachen eigentlich gar nicht teilen. Das ist irgendwie, wie auf der Bühne bin ich so wie eine andere Figur. Aber du hast es als Letzter genommen, weil jetzt hört ja eh niemand mehr. Jetzt hört niemand mehr zu. Ja. Ich habe wie gefunden, wenn das Letzte, das Beste kommt zum Schluss, oder? Ja. Aber es ist kein Geheimnis und ich bin einfach irgendwie so, das ist jetzt einfach mein neues Leben und ich bin mega stolz und ich bin mega happy. Ich bin ja Vater geworden. Yes. Yes. Und darum habe ich jetzt mein Kind mitgebracht. Warte, ich tue noch schnell. Ja. Nein. Und das ist natürlich wie so, ich denke, entweder kommt es zuerst oder kommt es zuerst. Mhm. Und das ist wie, ich habe mir lange gedacht, ja, soll ich über das reden, weil ich finde es so irgendwie. Ich kenne es aus Anstand, habe ich es nicht angesprochen? Ja, eigentlich so. Es ist sowieso, einerseits ist es ja auch nicht so spannend für die, die es mir nicht kennen. Aber ich habe immer wieder gefunden, hey, wenn ich ein Feelgood-Podcast bin und du sagst, was ist dein Feelgood-Moment, dann ist natürlich klar das. Und darum habe ich stellvertretend habe ich so ein Blüsch-Gipfeli. Ja. Das ist das erste Spielzeug, sondern ein Gipfeli in Blüschtier-Form. Ja. Das ist einfach so das Herzigste, das es gibt. Und das natürlich auch noch eine Backstory hat, die ich jetzt aber nicht erzähle, weil das ist zu lang. Aber es hat quasi etwas mit der Geschichte meiner Frau mitzutun. Aber das ist das erste Spielzeug, das wir ihm gekauft haben, bevor er noch auf der Welt ist. Mhm. Es ist ein Bub. Also nicht das Gipfeli, sondern das Kind. Mhm. Und, ähm, yes. Und das stellt dir ein Leben halt schon sehr, sehr fest auf den Kopf. Darum sehe ich auch ein bisschen müde aus und darum bin ich auch ein bisschen müde. Und darum habe ich ein bisschen komisch gefunden, von einem Podcast um mal um vier zu machen. Obwohl ich eigentlich schon wach bin um die Zeit. Ich habe bedenkt, es hilft dir. Ja, aber eigentlich müsste ich jetzt schauen. Darum, äh, ist gut, habe ich das Kind mitgenommen und es krabbelt jetzt irgendwo vor der gesunden Massage rum. Jetzt ist ja eh schon irgendwie 20 vor sechs. Ist das so? Nicht, dass das Kind schon krabbeln, aber es ist jetzt irgendwo, ich muss mal schauen, wo der Bub ist. Und, äh, ja voll. Also es ist so, völlig, völlig, wie soll ich sagen, ich kann es ja nicht beschreiben. Also es ist einfach so völlig ein Realitäts, ähm, fuck up. Also es ist einfach so, du kommst nach Hause und dann ist irgendwie das neue Kind oder das neue Lebewesen bei dir und ich denke so, das ist jetzt irgendwie weird. Also es ist einfach so, so viele, so viele Emotionen auf so kleinem Raum. Ja. Es ist so, es ist super, also es ist wie so, ähm, ich kann es immer, es ist jetzt schon, äh, drei Monate oder so her und ich kann es immer noch richtig glauben. Mhm. Und, und das Ding ist eben, wenn du dann das, das Blüschgipfeli oder auch das andere Bildzeug, hin, hin, ähm, zeigst, jetzt neu lacht er jetzt eben auch bewusst. Ja. Und wenn er dir so anlacht, ähm, das ist unbeschreiblich. Also ich glaube, einen grösseren Feelgur-Moment kannst du eigentlich nicht haben. So. Ich, 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 ich finde das mega schön und was ich immer spannend finde, ist, äh, bei den Väteren hört man ab und zu, dass es schwieriger ist, überhaupt sich an die Situation zu gewöhnen, weil natürlich die Mutter plus minus neun Monate schon einen starken Bezug hat. Und ein bisschen starker Bezug. Ja. Es ist, es ist schon, es ist, es ist, es ist, es ist, sehr starker Bezug. Und der Vater ist ja dann eigentlich wie von einem Tag auf den anderen einfach der Vater. So, oder? Was ich jetzt aber, einfach so, wenn ich das sagen darf, bei dir gemerkt habe, ich hatte das Gefühl gehabt, dass du auch schon im Vorfeld sicher involvierter und mehr dabei gesehen bist, als, sag ich jetzt mal, andere, die ich schon gesehen habe. Ich habe aufgehört, Crack raken. Ja. Einfach aus wie, wie ich fand, wenn meine Frau aufhört, Fleisch essen und Käse, und so, ich fand, komm, ein bisschen mit helfen musst. Und gut, ab und zu mal auf dem Balkon nachher mit einem Glas Rotwein und iTunes, dann natürlich, aber mit Feltern. Logisch, das ist die normale iTunes-Crack-Pfeefe. Genau. Die gehört auch dazu. Ich habe mir leid, soll ich iTunes sagen, oder soll ich Crack-Pfeefe mitnehmen? Mhm. iTunes ist ein bisschen massentaglich. Ja. Nein, also es ist, wie soll ich sagen, ja, ich, also das ist ja, das ist ein bisschen das Dilemma. Ja, also einerseits, ähm, ist natürlich, wie soll ich sagen, hm, also eigentlich, ich würde jederzeit die Schmerzen auf mich nehmen, so quasi meine Frau entlassen, und sagen, wir können 50-50 machen, jederzeit, oder? Und irgendwie sagen, komm, ich nehme das auf mich, weil du willst nicht, dass die andere Person leidet. Und andererseits, eben, du kannst es einfach nicht. Du kannst irgendwie, selbst wenn du möchtest, du bist halt irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, du bist halt wie passiver. Und das ist irgendwie mega schade, auch irgendwie so quasi nachher in einem Gebärssaal. Also gut, wir haben natürlich im Wald geboren. Das ist halt alte, wir haben kein Spital. Nein, stimmt nicht. Aber ja, man versucht halt irgendwie so involviert zu sein wie möglich. Mhm. Aber es ist auch gar nicht so einfach. Aber irgendwie schon, also das ist natürlich auch irgendwie so. Ich verstehe auch die Väter nicht, die einfach so finden, ah, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mein Business, oder so. Das ist also ein bisschen. Ja, eben. Das gibt es natürlich auch und nicht so oft wahrscheinlich, oder vielleicht mehr als man meint, ich weiss es nicht. Aber mir ist wirklich klar, all in, also dann, dann, dann gebe ich alles. Also ich finde, wieso, ich habe natürlich auch, ich bin nicht irgendwie aus zerreuteten Verhältnissen gewesen, überhaupt nicht. Also ich bin auch sehr wohl, wohl besonnen aufgewachsen und so. Und ich habe natürlich auch meine Vorbilder gehabt. Aber für mich ist klar, wenn ich Vater werde, dann gebe ich alles. Also von dem her, ist das einfach auch oberste Priorität. Und das Coole ist also, als ich herausgefunden habe, dass ich Vater werde, es gibt ja so Tests und Zeugs und Sachen, wo kannst du machen. Äh, die Sterne schauen. Da habe ich gemerkt, oh, der grosse Wolf, steht günstig zum kleinen Bär. Ja. Ist das der Vater? Ganz genau. Dann habe ich es gemerkt, eigentlich. Was sagst du mir erzählen? Ich verzettele mich immer wieder und dann merke ich, ich weiss nicht, was ich mir erzählen will. Nein, und dann, seit dem Moment, wo wir das herausgefunden haben, habe ich alles blockiert. In dem, wo ich wusste, an denen, denen möchte ich Vater, einen Monat vor, einen Monat nachher, alles blockiert. Aber das Ding ist, ich hatte noch mega viele Aufträge, die ich einfach haben müssen. Ja. Und nicht absagen können, aus Gründen, vor allem aus vertraglichen Gründen halt. Und, und dann habe ich ein paar Aufträge gehabt, wo ich unter anderem mit dem Steff, Techniker, ich muss den doch noch abkaufen, an meinem Programm B, also ich habe so ein Technikenteam mit drei Leuten, die sich abwechseln, weil wenn Steff nicht kann, dann kommt dann in mir, oder Juga, lieber Grüße, raus an dieser Stelle. Und dann sind wir an die Auftritte gefahren, von 99 Grad, und dann bin ich hin und gesagt, du, offiziell tue das zwei Wochen, aber es könnte auch theoretisch sein, dass der Anruf kommt, und dann bin ich weg, weil du wirst nur eigentlich das erste Mal Vater. Wäre auch bei der Late Night Show, wo ich auftreten bin? Stimmt, genau, das war eine Diskussion. Und dort ist natürlich noch, wie soll ich sagen, hätte ich zwar Leute, die mich entlastet hätten, aber ich bin auch gleich nah mit mir auch so ein bisschen trägende Rolle dort, wenn ich mein Solo-Programm spiele, zwar auch, wenn ich mir so nachdenke, und es war sehr lustig, weil die einen Veranstalter haben gefunden, ah super cool, hey, ich habe das Thema, dann haben wir eine super Geschichte, wir machen einen Nachholtermin, super cool, aber es hat einen oben gegeben, wo eine Veranstalterin, sie ist ein bisschen älter gewesen, und ich habe die, glaube ich, so fast auf Fuss verwirrt, weil die ist dann sehr, sehr aus allen Wochen gefallen, und die hat dann, es klingt ein wenig wie ein Witz, aber ich glaube, sie hat es halb ernst gemeint, zu meinem Techniker gesagt, ja dann, dann musst du weitermachen, und mit Technikern kennt das Programm recht gut, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht glauben, dass er das so könnte, aus dem Stehgreif reproduzieren, und dort hatte ich ein bisschen Angst, dass die umjetten, auf jeden Fall, dachte ich, ich musste sie absagen, und es ist ihnen gut, in eine gute Woche gefallen, wo nichts anderes gewesen ist, aber nein, es stellt dein Leben auf den Kopf, und die ersten paar Nächte zuhause bist du natürlich so, wenn du am Morgen an, wenn du nicht aufstehst, dann denkst du, hey, was haben wir uns überlegt, das ist ja das Leben, es kommt nie wieder zurück, wir wollen mein altes Leben zurück, aber mittlerweile, so nach ein paar Wochen, und vor allem, wenn du halt, ich sage mal, wenn du müde bist, dann bist du eh einfach mal am Arsch, und es geht ums Leben, aber wenn du natürlich so einen schönen, ruhigen Moment hast, dann ist es einfach das Größte, es ist sehr, sehr toll, und wir versuchen das so, weißt du, wenn du berättest, du willst irgendwie die Freude transportieren, aber du kannst es nicht in Wort fassen, weil es ist einfach so, ich glaube, was du erlebt hast, um es zu überbringen zu können. Aber ich glaube, ich habe mit Charlie darüber geredet, und er hat letztens gesagt, in Basel, wo wir zusammen auftreten sind, bei der Comedy Night, wo es sehr toll war, wo ja auch Leute auftreten sind, die auch schon da waren, alle, die dort auftreten sind, glaubst du mal, da waren wahrscheinlich, Anikorti, Benjamin, Benjamin, Benjamin. Wie? Ah, okay. Wir sind noch dran. Aber der Jozo war, der Charlie war, und andere Sachen. Und dann habe ich auch mit Charlie darüber geredet, und er hat gesagt, er ist richtig, also, ich hoffe, er ist nicht, nehmen wir es dir auf, wenn man das so erzählt, er ist richtig hässig auf Männer, die einfach sagen, hey, wenn man so fragt, du, weisst Vater sein, ja, es ist super, mega cool, du musst machen, und auch die Schattenseiten, die es einfach gibt, verheimlichen. Es ist wie beides, natürlich ist es super, und es ist irgendwie, es ist grossartig, aber es ist halt einfach auch streng, also, du weisst ja, dass es streng wird, aber wie streng, dass es wird, da kannst du halt einfach auch nicht, da kannst du nicht erahnen, das musst du einfach erlebt haben. Und aber, das möchte ich doch einfach der Vollständigkeit halber noch sagen, und es ist nicht ganz vergleichbar mit dem, wo die Frau zum Beispiel noch schon Geburt selber erlebt. Ja. Und das ist eben auch so ein Ding, also, weisst du, irgendwie, ähm, ich glaube, ganz viele Väter wissen das, und das auch, äh, sie betonen und eingestehen, es ist ja eh nicht irgendwie ein Wettbewerb, aber du kannst auch als Mann einfach quasi das nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube nie mehr bestreiten, dass das einfach viel krasser ist für eine Frau. Ja. Die Mutterrolle als die Vaterrolle. Also ich glaube im Alltag, klar, du kannst es irgendwie versuchen aufzuteilen, aber ich glaube einfach, dass die Mütter einfach nur von Natur, wie sagen wir, von Natur wegen, einfach halt einfach viel mehr müssen leisten und auch leisten, und ich habe so viel mehr Respekt von Müttern als schon vortrag, wenn du einfach selber irgendwie älter bist, so, du checkst einfach, was das für Arbeit ist, und was das irgendwie auch, was das heisst, einfach irgendwie älter sein, oder vor allem eben Mütter sein, und jeder, der irgendwie alleinziehend ist, Väter wie Mütter, Mütter noch nicht mehr, das ist einfach unvorstellbar. Also weißt du, wir haben wie ein soziales Netz, wir haben irgendwie noch Grosseltern und so weiter, wir haben den Crack-Dealer, der viel macht. Ja. Und so, Stadtpräsidentsalter natürlich, der Durville, du, wovon hilft der, äh, der Markus. Du, Markus. Ein gutes soziales Netz, aber andere, wenn jemand alleinziehend ist, und kein soziales Netz hat, das ist ähm, etwas, wo man einfach nicht genug kann, ich glaube es ausstreichen, was das für eine krasse Leistung ist. Definitiv, kann ich zu 100% so unterschreiben. Ja. Und jetzt sind wir wieder im Ernsten. Wir brauchen Mütter. Sag etwas Lustiges. Du bist doch Comedian. Ich würde sagen, dass wir, äh, langsam aufhören. Ich schaue auf die Uhr. Shit, wir sind verdammt lang. Aber es ist immer kurz, weil du erzählst jetzt die ganze Zeit von deinem Kind, und, äh, es ist jetzt dann, äh, es ist jetzt ein sechs Jahr morgen. Langsam stürzt es auf. Eben, du solltest jetzt langsam auf das. Langsam trinkt es zuerst Kaffee. Langsam verwacht es. Langsam sagt, äh, äh, der klopft zusammen zur Tür, und sagt, Mutter, Vater, Ernährerin, Ernährer, ich werde bereit, den Tag zu starten. Mhm. Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt schnell auf meinen Spaziergang. Ganz genau. Es ist so in einem, so ein Morgenmantel. Es läuft auch schon. Es läuft auch schon. Es hat noch eine Monocle. Es ist eben sehr intellektuell, es hat keine Brau, es hat zwei Monocle. Sind das denn Duocle, oder wie nennt man das denn? Es sind, äh, Stereocle. Ah, Stereocle. Monocle. Ja, Mono, Stereo. Okay. Fuck. Genau. Schlusswort. Schlusswort. Danke, bist du da gewesen. Immer eine Freude. Und es ist krass, äh, es ist immer, äh, immer gut. Das war ein bisschen ernster gesehen. Ja. Aber ich finde, man hat es gut gemacht. Das ist ja, das ist ja das Gute, wenn Leute mehrmals kommen, man kann ja dann auch verschiedene Facetten von einem kennenlernen, oder? Und, wenn man nur Bullshit will hören, ja, dann empfehle ich die anderen zwei Folgen mit dir. Fast nur Bullshit. Nicht nur, aber fast nur. Also, da sind wir schon sehr, ja. Es ist, für dich ist es wirklich ein stundig ernst gewesen, aber es hat auch, hat auch gut getan. Mir auch. Und vielleicht noch schnell ein Lifehack, das ist mir noch ein Sinn gekommen. Wenn man eben Kinder hat, das ist ja das Tolle, ist mir jetzt etwas hinzukommen, weil ich bin wirklich ein bisschen müde. Und ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun gehabt, dass ich etwas gebraucht habe, zum reinkommen. Wenn du ein Kind hast, es ist die beste Ausrede, wenn du zum Beispiel ein Mail nicht beantwortest. Ah, ja klar. Eine Woche lang. Ja. Was auch vorher schon mal passiert ist. Und jetzt passiert es halt einfach auch, und du sagst, hey, ich bin irgendein Vater geworden. Niemand ist da böse. Und die, die böse sind, können ja nichts sagen, weil einfach, das ist einfach die beste Ausrede. Die, die böse sind, haben selber keine Kinder. Ganz genau. Und darum irgendwie, jetzt kannst du sagen, ja weisst du eben, ich war ein bisschen müde, ich sehe ein bisschen müde aus, ich bin ein bisschen bleich und so, gerade neben dem Farbbar, Colorbar, Regenbogen. Es ist die beste Ausrede, und selbst wenn es nicht stimmt, du kannst halt dich hart erziehen. Absolut. Und ich überlege mir, wie lange noch. Weisst du, wenn es sieben ist? Nein, 18 Jahre. 18 Jahre? Sicher. Hm. Ich probiere es aus. Und das nächste Mal, wir treffen uns, wenn es das nächste Mal gibt. Mhm. Also es gibt sicher das nächste Mal, was es gibt. Ja. Weil, ähm, ich weiss ja nicht, ob es das Alarm gibt, sind wir ehrlich. Dann komme ich und sag dir, wie das gegangen ist mit der Ausrede. Ah so. Deal. Kilian. All the best. Dann gleichfalls, ich mache erst noch eine Ration. Liebe Mutzis, schön seid ihr gekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, äh, zu Gast ist Annette Gorti, und wir reden über spannende Sachen, wie zum Beispiel, gesunde Massagen, wie zum Beispiel Ateliers in, äh, wo wohnt da nicht? Zürich. Und, allgemein, über eure Fragen, wo ihr eingereicht habt, zum Beispiel, Joel, kann man davon leben? Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heisst, Mutzbecher and Friends. Danke, äh, Markus. Danke, Markus. Bitte, Charlie.